Oh, die spielt gerade Paul-Paul-Words. Ja, okay. Ja, ja, Moment. Ich habe hier gerade ein... Hast eine Einladung gekriegt. Das muss ich jetzt gerade kurz noch fangen. Wenn du so weit bist, wenn du weiteres Gate spielen willst, hast du eine Einladung gefunden, ja. Moment. So. Gerade kurz ein Dinosaurier gefangen. Ich bin in einer Minute da. Moment. Es ist so gut. Also ehrlich, es ist halt einfach Craftopia nur in ausgereift. Dann werden wir wieder Craftopia spielen. Nee, ich werde tatsächlich dafür... Wenn wir wieder anfangen, dann spielen wir das hier. Dann besorge ich dir das noch eben und dann... Da habe ich diesen einen Craftopia-Part auf meinem... Ich habe dafür extra eine Playlist darstellt. Aber es ist komplett unausgereift halt. Das war mir klar, dass wir das nicht noch mal spielen. Aber wir brauchen ihn noch. Ich glaube, dass wir mit Beidou's geht durch sind, brauchen wir erst mal noch. Also bis Sommer. Keine Ahnung. Ja, jetzt Spiel beenden. Wir werden nur starten. Moment. Du fühlst das? Ich habe nie so kalt gefühlt. Und das ist mir. Hey, dieses Ort wird immer noch ein Halt, wenn wir es lassen. Steig nahe zu Mama K. Kannst du das noch mal wiederholen, Kandach? Wie fühlst du dich gerade? Mir war noch nie so kalt, hat Kandach gerade gesagt. Wie ist dir, Kandach? Wie fühlst du dich? Wir haben ein Stück infernalisches Metall. Was machen wir damit? Kandach, ich würde euch ungeheuer gerne richtig anfassen können. Also wegen unserer Larvenkräfte, wir müssen vorerst im Lager bleiben. Ja, ein Metallstück. Ja, wir müssen uns nachdem finden, Daman. Ich gehe, um nachher zu kommen. Was ist das? Was ist das? Du hast dir jetzt mal... Ja, du hast dir jetzt mal einen super mächtigen, legendären Gegenstand gegeben. Du lässt dich jetzt nicht im Lager. Nö. Wo würdest du anfangen? Ja. Übrigens, ich habe herausgefunden, scheinbar ist Schatten, Mönch und Rogue auch im regulären D&D richtig, richtig lächerlich stark. Hm. Ja, ich muss bemerken, am nächsten Level abmacht. Ja, was passiert hier gerade? Okay. Kann ich dir nicht sagen, ich lad noch rein. Bei mir war das, dass der Dialog war, ein bisschen merkwürdig verwacht. Okay, einer von uns hat eine... Karnach hat es, glaube ich, die leuchtende Waffe. Ja, du hast dir letztes Mal das Blut von Lathander gegeben, dieses super mächtige, legendären... Und du meinst, das rettet uns hier an der... Das hilft uns... Das ist sowas von den Arschreppen. Und das Ding ist massiver Radiant Damage, es ist mal eine Leuchtquelle, die uns keinen Slot kostet. Und es ist super stark. Ist das ein Leuchtkörner? Werden wir ja auch herausfinden. Aber du musst sowieso im Schatten laufen, das haben wir am letzten Mal gesprochen. Das ist sowieso... Du bist sowieso im Arsch. Ja, das geht schon. Ach ja, stimmt ja, ich habe ja die legendäre Salami ausgerüstet. Jetzt sind wir bei dir. Bist du da? Dann auf. Wir haben mal gestern... Wir haben letztes Mal den Gombler hingeschubst. Und nein, wir haben den in den Abgrund geschubst, aber der liegt hier. Naja, der hat wahrscheinlich noch Blut. Der hat einen Gombler und krummen Säbel dabei, falls du den haben willst. Nee. Nee, ich habe eine Salami, das reicht. Dann schauen wir mal, dass Karla in der Nähe bleibt, um die Lichtmacht. Ich gehe dann schon mal. Ah ja, stimmt. Ja, schade, das war's. Du musst ein bisschen bei mir bleiben. Ja, Moment, ich guck mal. Ah, ich kann endlich klar lernen. Okay, Schattenfluch hat mich erreicht. Sehr schön. So viel dazu. Okay, Schattenfluch. Das ist wunderbar. Warten, da sieht der Mond ist aus. Karla, wirst du mal bitte folgen. Ich brauche noch mehr, das brauchen wir nicht. Ich nehme mal wieder, dann packe ich die Flage rein. Okay, Karla ist sch... Okay, sobald ich so lange nicht in der Nähe von Karla bin, ist Schattenfluch wirklich nicht. Ich warte hier mal auf euch. Ja, natürlich nicht. Wir standen hier eben. Wenn er es dabei noch ein bisschen beschützen will, ist dann... Karla ist unser Schutzschild. Ich war außerhalb vom Schattengebiet. Nebenbei gesagt. Ach, komm, Karla. Kennst du mal bitte? Ich steuere, ich steuere einfach mal Karla. Das ist am liebsten. Sehr gut. Mein Charakter folgt hoffentlich. Äh, wo wollen wir jetzt erst lang? Hier lang, würde ich sagen? Oder... Gibt es einen anderen Plan? Ja, ja, wir können gerne hier lang gehen. Da drüben gibt es eine... Ah, Scheiße. Scheißdreck. Das wird uns öfters jetzt passieren. Ein bisschen. Ja, ja. Einfach mal bei Karla bleiben. Ah, nicht kommst los gestorben? Was hast du dabei? Gar nichts. Nichts. In der drüben gibt es irgendwo... Gibt es eine Quest, die wir jetzt schon abholen sollten. Weil sonst laufen wir nachher fünfmal hinterher. Der will was aus dem Gebiet haben. Das weiß ich später. Kennenlernen. Äh, du meinst den Nekromantentypen? Nekromantentypen, der das Rezeptbuch von der Bardame und die haben will. Das war auch mal hier. Das Tagebuch eines Tieflings über die Reise von A-Turl zum Smart in Klaue und nach Baldos Tor. Aha. Ja, ich spreche mal mit Totenmomenten. Mach das. Er hat nichts zu sagen. Ähm, ja. Ich nehme ihn dann mal mit, ne? Er hat einen Panzer bei sich. Eine Rüstung. Ja, Moment. Ich nehme ihn einfach mal wirklich mit. Ah, verdammt. Der ist zu schwer. Okay, hier ist glaube ich ein Sackgast. Wir müssen hier woanders lang. Ach, hier runter würde ich sagen. Ja. Ich schicke mal kurz den Panzer an Will. Moment. So, jetzt kann ich ihn mitnehmen. An Will? Ja, ich kann anscheinend den NPV vom Lager das Zeug schicken. Okay, du sagst. Ja, das habe ich gerade rausgefunden. Das habe ich gerade gesehen. Ja, danke. Ah, gut. Das ist der Modus. Danke. Du sagst immer schön dabei bleiben, aber guckst halt nicht, dass irgendwer da ist. Ja, hier unten. Ja, ich weiß. Ich werde jetzt so viel Schaden nehmen, ey. Aber wird es nicht eh im Schatten laufen? Ja, in Kämpfen. Moment. Oh mein Gott. Ja, komm doch. Willst du mich verarschen? Ja, komm doch. Ja, cool. Du weißt, dass die auch mal ein paar Sekunden brauchen zum Laufen. Außerdem muss ich im Inventar kurz gucken, ob ich nicht eine Leuchtquelle dabei habe, weil es wird mir sonst zu nerven. Das wird brutal. Es wird nicht brutal, wenn... Wir kriegen es niemals, um die ganze Zeit zusammenzulaufen. Ja, deshalb gucke ich jetzt gerade. Da drüben gab es Fackeln übrigens. Aber... Vielleicht ist der eine, wo man mitnehmen kann. Hätte ich, wenn du mal zwei Sekunden gewartet hättest, dann kann ich auch mal gucken, was es so gibt. Ja, danke. Falls du noch keinen hast, hier ist deine. Ich habe dir gerade einen geschickt. Ja, schön, danke. Mann. Und du bist überladen. Ich bin nicht überladen. Doch, bist du. So. Ah ja, ich habe ja eine Leuchte dabei, stimmt. Ich sollte den Riesenadler mal eben ans Lager sehen. Beziehungsweise, ich sollte den Riesenadler mal... Wäre nicht schlecht. Jetzt steht er hier rum. Ja, der kann stehen. Wir wollten auch mal, wir wollten auch mal wirklich umgucken. Okay. So. Zeit, um zu gehen. Willst du die Truhe mal öffnen? Ich habe kein Liebeswerkzeug. Neben dir. Achso. Moment, mach mal der... Ah ja, stimmt. Er ist ja besser darin. Ich habe absolut kein Liebeswerkzeug. Das ist eine 6er Truhe. Bitte. Ich habe aber kein Liebeswerkzeug dabei. Nichts Relevantes drin. Wollen wir mit den Jungs reden? Oder? Ja, können wir machen, aber wir gehen nicht mit denen mit. Wir gehen erst zum... Wir machen einen Friendly One. Ah, da müssen wir, glaube ich, runter. Weil von hier aus wird es schwierig. Es ist halt, wir wollen auf dem Highwaypoint kämpfen. Dann müssen wir mal hier... Ich würde mich opfern und würde runter gehen. Zu denen... Wir können auch hier eine Kurve machen und einmal hier... Alle dort runter gehen. Also hier... Nee, nee, ich würde sagen... Ihr zwei seid Nahkämpfer, geht ihr mal runter. Ja, deswegen. Ich mache mich gerade mal auf dem Weg hier. Ja, alles klar. Alles klar. Warte eine Minute. Ich brauche ein bisschen, bis ich da bin. Ich gehe noch den Weg. Ich bin ein bisschen. Ja, ich bin ein bisschen. Suede... Lass uns um... ...es sie hinbekommen. Ich bin ein bisschen. Boah... Ich bin ein bisschen mit einem Drogen. Wir reden um und unabhängig voneinander. Ja. Sollen wir sie jetzt töten oder nicht? Ich würde erstmal mit ihnen reden und sie dann töten. Und wir reden wieder beide mit den... Mit wem redest du? Sollen wir ihnen sagen, dass wir eine haben? Wir schlachten sie ab. Ja, klar. Gut. Wir wurden gesagt, dass wir dich erwarten. Dann plocken sie und unser Geist kommt zu spüren. Ja. Ja. Natural 20. Mal schauen. Okay. Keiner kann doch spielen. Ja. Mit der 20, klar. Wir werden gespeichert. Was speicherst du jetzt? Ich speichere nicht, das ist automatisch. Wir haben wohl irgendwas getriggert. Jetzt müssen wir gegen ihn kämpfen. Ich höre sie, Dein Majestät. Ich hoffe, ich lieb. Wollen wir uns ihnen anschließen? Nein. Bei dann skippen wir so ziemlich alles. Verboten und der absoluten Name. Wir verbauen uns einige Möglichkeiten. Boah, sehr widerlich. Besser wie die Tüten jetzt als später. Weil später wird er dann... Wer bist du? Bestens sich selbst. Vielleicht hörst du zu einer echten Seele. Okay, wir können ihn jetzt einfach angreifen. So, ich bin bereit zu angreifen. Moment, ich gehe mit einem Furrier Flos rein. Zu spät. Ja. Und er ist zuerst dran. Ja. So, nur Schurigschlag. Boom. Erst Karnes töten dann die anderen. Der ist nämlich der Schlimmste. Ja, also ich kann auch nicht... Dingens da, Schattenschritt geht nicht. Ähm, wo ist Karnes? Das große Spinnenviech direkt vor dir. Ja. Alles gleich. Aber du stehst gerade im Licht. Deswegen... Ja. Nachher ist es im Sanctuary. Ich kann ihn gerade nicht angreifen. Das heißt, ich muss einmal zerbersten. Das ist mit dir gerade los. Du lachst. Äh, ja. Das war der Mönch im Amulett. Soll ich ihn angreifen? Oder... Macht das jetzt keinen Sinn? Ja, schau erstmal... Ich würde erstmal Everards Black Tentacles reinhauen. Okay, ich greife die anderen an. Aber... Stopp! Ich greife die anderen an. Jetzt stehst du auch mittendrin. Naja, egal. Naja, egal. Naja, egal. Naja, egal. Naja. Oh, was kannst du? Naja, ja. Stimmt, ich kann jetzt Herr... Naja, jaja. Ah! Naja, ja, ja. Ja, ja. Das ist btwäin bisschen neisig gerade. alles gut so wenn er geschützt ist durch die durch die durch den zauber dann solchen angreifen oder sich da lieber bei sanctuary kannst du ihn nicht angreifen zumindest in dem spiel solltest du dich auf die anderen konzentrieren aber du kannst ihn schubsen und weiter in die schwarzen tentakel hauen die ich jetzt gerade das aoe effekt rein geballert haben okay dann konzentriere mich erst mal auf den wolf hinter mir das ist mir jeden die macht keinen schaden aber ja auch mal weg ein gegner weniger kann ich hier noch jemanden zeigen hier zum beispiel schade das hat mir bald dass er gewonnen schottet wie der flamm des dinges sommer rekreation kommt hier irgendwie raus oder ich bin festgepackt du bist nicht festgepackt du bist tatsächlich einfach nur ist der jetzt angreifbar das sieht so aus oder ja ist er na dann gritschaftlich nach sehr gut ich kann nichts machen welche festgepackt ich bin immerhin kritischer gut passt ich kann machen alle bevor sie sich wieder schützen kann karlach ist noch gut dabei ich hauen fireball rein trifft sie auch aber hat resistenzen so gut mich hat es auch so gut getroffen nicht ich habe es nicht getroffen ich bin halb tot ja weil da eine riesige spinne ist die sich gerade jede runde angreift außerdem stehst du in den schwarzen packen und im feuer das ist generell immer stärker war ein fehlschlag ja dann hat es auch nichts wird man ein bisschen aus dem zeug aus das darin ist tot ja damit war zu rechnen hier geht es auch nicht so noch nicht gut und er ist ein heiligtum ja das war gerade mein fief was ich abzupiert hatte das war nicht gut oh Gott dann mach mal den kampf alleine ich kann nicht wiederbeleben alleine wird es ein bisschen blöd weil wir zwar ein heiligtum ist jetzt um das die kann ich auch schalten ja es war scheiße dass ich mit einem geschehen gestartet bin weil ich hätte mich außerhalb halten müssen und dann halt mit schatten schritt da rein zu gehen ich kann mich teleportieren ja das ist nicht schlecht nein bringt nichts hau einfach mit schaden rein ach so das ist wild magic teleport dann ja easy dann kostet es nichts so ähm kann ich den jetzt irgendwie angreifen das ist jetzt eigentlich unverletzbar du kannst Sachen auf ihn schmeißen unverletzlich hätte ich tun ja aber sowas wie ein eispfeil oder sowas trifft ihn trotzdem weil das kleine explosion ist aber ich die alle nicht habe ja das ist blöd ich habe die kakophonie die kann ich werfen ich habe eine rauchpulverbombe ja unverletzlich hätte ich tun nein ich kann nicht damit aufhören schmeiß es auf den boden vor ihm und schon hast du ihm schaden gemacht und schon bin ich fast tot ja weil du scheiße gebrochen hast den kampf schaffen wir nicht sehe ich anders ja ich nicht dahinter ist noch ein sehr großer wütender ort ach der ist kein problem ach der ist kein problem sagt er die spinne ist ein problem der ist wirklich kein problem du hast doch einen charakter mit elf lebenspunkten wird schon dann war das letzte mal gespeichert gut dann greifen wir noch mal an bevor die spinne kommt aber wir wollen den luft der spinne haben die können wir später töten dann gibt es noch eine möglichkeit ich weiß aber ich gut dann töten wir sie halt da haben wir Unterstützung da haben wir dann da haben wir Unterstützung von den Aufnahmen und vielleicht sollten wir das jetzt in Ruhe lassen dann hören wir so später gut dann reite ich halt direkt an mit einem Feuerball ja mach mal lieber ach so ich bin jetzt stimmt ich bin jetzt wieder ein Katzen ich spiele ja jetzt wieder da haben wir gespeichert ja das heißt wir werden nicht ohne die spinne angreifen können und wir werden wieder eine äußerst beschissene Position haben ach das ist irgendwann schaffen wir das naja das sowieso versuche einfach nicht zu sterben aber ich sterb so gerne oh nein wir haben nicht eine beschissene Position das heißt ich darf mich tatsächlich im Schatten halten du kannst sie positionieren noch so noch friedlich bist ja ein Greifer dann mach mal Feuerball oder wollen wir was anderes machen nein hier ist nicht es ist nicht alles beleuchtet hier da unten genau der Punkt ist nicht beleuchtet so dann stelle ich dorthin und starte mit einem Feuerball Herr Astarion Moment weg kannst du mit einem Feuerball auf die Spinne bitte Vampir danke ach nö jetzt muss ich wieder hier getrennt machen Moment weg kannst du die Spinne verletzen mit einem Feuerball während sie noch ja ja und verletzt ist und schützt und gut der erste Angriff können schon viel bringen ich stehe hier außen irgendwie in den Schatten kommen mein Gott hier gibt es genug Schatten nein gibt es nicht gab es nicht irgendeine Möglichkeit wie man gucken kann wie das Gebiet die Beleuchtung vom Gebiet ist keine Ahnung kannst du mal ein Zwiegen versuchen ja hier ist tatsächlich hier ist Schattenschritt gut okay passt dann Feuerball let's go beziehungsweise nein ich will jetzt weil sie gerade alle hier drin sind und die Spinne im Zentrum ist wirklich die schwarzen Intacke reinhauen und jetzt hast du im Kampf begonnen nein jetzt Feuerball als erste Aktion im Kampf ne jetzt ist er geschützt aus Scheiße du bist nicht mal im Kampf also greif an wir verlieren den wieder ok und was denn für das machen ohne da rein zu gehen ja ich habe diese Attacke auch so für meinen Grund du lässt dich lieber wieder umbringen ok machen wir einen dritten Versuch bleib außerhalb von den schwarzen Tentakel ich bin Nahkämpfer wie soll das gehen wie soll ich dann angreifen und es geht um indem du sie dazu bringst die sind allesamt Nahkämpfer indem du sie dazu bringst hier da raus zu gehen dann einzeln abfrühstück dafür ist dieser Zauber gedacht so ich darf nochmal ein Steak Attack machen Mist er lebt noch wie wäre es mit einem Feuerball jetzt wo die alle noch drin stehen bevor sie rausgehen er hat seine erste Runde schon gemacht ich habe keinen Feuerball mit anderen Charakteren wenn du das nicht machst dann kommen sie zu mir raus und dann kannst du nicht mehr angreifen wie nicht mehr angreifen das ist ein AOE Angriff der ihnen Schaden macht und sie verlangsamt naja mach doch was du willst das hat doch nichts damit zu tun ich habe hier schon ich habe keine Ahnung was dein verdammtes Problem ist mein Problem ist dass wir gerade den Kampf nicht geschafft haben und ihn jetzt schaffen wollen wegen der fucking Spinne auf die ich mich gerade konzentrieren wollte das ist aber gut wenn du jetzt unbedingt die Fancamper da drin weg haben willst dann hier bitte so das war meine Aktion ist halt schön scheiße aber ich habe keine Bonusaktion ok der Warg hat es weg weg zu reputieren zu ja oh und das Ding ist weg ja das war es Tavions Ding naja wir haben eine ganze Zeit irgendwann schaffen wir es im 10. Versuch er hat kein Sanctuary mehr ok das ist gut ich bin bloß leider hier hinten ich kann mich nur um die Leute ja du musst dich auch um die alle ich kümmer mich hier um die anderen wehren wo du in die Spinne kommst das ist der Plan ich finde es auch schön dass ich schon wieder den sehr sehr schwachen Nagi hat als Baye da hinten hingestellt habe so muss das das geht nicht konnte ich mich nicht irgendwie tunneln habe ich hier nicht das cool Ding Abwehr Energietunnel ja tatsächlich macht das Inquisitus mal schauen was du da vor warst mal schauen was du da vor warst mal lagert äh ich hau ihn irgendwie auch bloß hin damit er von Astarion ablässt ich werde Schatter fahren und dich dootet ja ja das soll er ja also soll er versuchen so Phantasmal 4 hat letztes mal gut geklappt zum Level bei mir ist Karnes gar nicht in der zugefreiten also von ist bei mir gar nicht ja doch hier ist er man erkennt ihn nur nicht als der Erste er ist der Erste ja ok Karnam hat schon eigen mächtige Sachen gemacht das war ziemlich gute yes hat funktioniert dann mache ich es selber ja das Wichtigste war er muss von Astarion ablassen damit er jetzt mit seinen Zaubern rein kloppen kann die Zauber in die Hand ist der Orks tot ich metze mal die Leute hinter ihm ab ja vor allem die Fernkampfer sind gefährlich schon dabei so er ist unverlässlich der Fernkampfer ist kein Problem mehr das ist gut das ist gut das tut sich nicht so einer ist hier noch irgendwo ich sehe ihn bloß nicht ach da steht er ja nächstes runter gleich bin ich mit ihm durch da aber das haben wir nur noch Karnes ja dann komme ich dir auch mal zu Hilfe ich schicke sie dem ich schicke euch mal kurz alle weg na fantastisch das steht da neben mir ja neben dem Nahkämpfer beziehungsweise neben dem Nahkämpfer jetzt steht er nicht mehr neben mir ja und der Idiot ist jetzt gerade spricht gerade wie so ein bescheuerter rum ja das geht jetzt gut weil spiel dich auch mal zu ich darf auch ja ich betäubel ihn warte schade ich habe so eine göttliche Waffe Waffe gestärkt ja und ich habe einen Glubby of Blood natürlich und ich baller ihn ok nicht nötig so Mondlaterne wir wissen uns das Zeug hier wir wissen in der Sequenz ja klar und wem redest du da ach so er hat den Pixie in der Laterne wenn du das befreist dann dann haben wir das Problem mit dem Licht gar nicht mehr dann können wir die nächste Zeit komplett bedenkenlos rumlaufen dann sind wir von Licht umgegeben gut cool ich lasse dich einfach so frei nicht so frei lassen jetzt haben wir nichts 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 jetzt haben wir eine gute turn da nicht nicht du was soll ich dir ah viel ich muss den Schattenfluch überwinden könnt ihr mir helfen sicher ich kann aber will ich ja sicher warum nicht hier gib dir diese bellen schick sprich die magischen Worte und du wirst was du gewonnen hast Protektion von der Schattelkurs was mehr könnte ein Dingus wollen du bist willkommen ähm ne gib das mal lieber mir weil du kannst das nicht gebrauchen du wirst oder du wirst oder doch du wirst wir sind jetzt alle erst mal geschützt das ist gut dann müssen wir nicht bei Kahn auch reingangängen bleiben ja ja ich wollte jetzt gucken was das wert kann grausamer Stachel ach scheiße ich bin da auch wenn du wenn du Feuerschaden wirkst erhältst du zwei Züge lang Hitze das wäre nicht schlecht er ist nett ich spreche mal mit seiner Leiche im Moment aber ich habe schon die Anschute Streitdose ist das besser als die Handschuhe das Streitdose ich habe keine Ahnung die hattest du geschlüsselt oh schade das ist schon ein Ding die sind wieder gelootet ja 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 ich guck gerade den hier auch noch nicht Käse er hat Käse dabei vergammelt oder nicht ne ne eine Laterne warum nicht sieht cooler aus als die Fack ist wir sind eh geschützte du brauchst die Laterne nicht naja aber steht doch Rastarion oder nicht so äh ich würde gerne gucken ob der ob die hat jetzt keine Energie mehr guck jetzt mal eben ob der als 1w zählt der ein oder sonst ja erzähl das humanoid yes starren abgrund nicht reinfallen du hast einen vergessen du hast einen zum looten vergessen ja kannst du ja machen der hat nichts dabei außer drei grund ein shortrest interessant mit immatiles werpzeug ja 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 pixi sehen sehr schön mitgemacht eigentlich mal so wo war denn der Typ der mit dem der quest irgendwo da oben glaube ich sollte man mal zu dem gehen ach ne hier waren der war ganz in der Nähe von der Taverne der war ganz in der Nähe von der Taverne also sollten wir mal wollen wir den Haufen Pflanzen da hinten noch töten welchen Haufen Pflanzen ich glaubte mir dass du das nicht lebt hast oh die haben da hinten oh hier ist erstmal ein doch bestimmt aber ich weiß grad nicht welch du meinst die unten bei dem Baum und da wird schraub ich zu ziemlich anders abgeschlachtet okay eine Kultivierung mächtiger Heiltrank und oh glorreicher Sprung nice okay ja ich mein die tatsächlich die hier neben dann sollten wir da mal runter gehen ja ah die Skelette kommt feucht den Skeletten aha ne wenn du die unten bekämpfen willst jetzt muss ich nach unten äh ne hier durch den Turm äh wo bist du dann? ich bin hier unten oder so ach so du kannst gern ja du kannst gern von hier jetzt schon mal äh an die Truhe gehen wo ist Karl auch eigentlich? ist die noch oben oder? nein die hängt da unten noch ab gibt es einen Weg für die da runter? ja ja versuch mal Karl auch mit ins Kampf geschehen zu bringen ja ich bin tot ja was ist passiert? ja ich bin tot ja was ist passiert? ja ich bin tot vor dem anderen getaktivieren vorher in diesem Moment wenn ich niemand kriege dass ich getötet wurde so oh Waffendurchtränkung mehr Schaden gut ähm erste Action ist natürlich hier die Jungs tot machen und was kann denn Flage hier das kann Flage genau das Richtige 32 Schaden fantastisch machst ja alle und in den Hintergrund und in den Hintergrund ach er ist immobil natürlich dann machen wir mal den hier kaputt geschaffen geschossen wir haben zurück wenn einen Keypunkt ausgeben und getötet ach ja äh auf Distanz bleiben die machen Distanz Schaden also die explodieren ja ich liege gerade und sterben ja Pfeil des Blitzes einmal auf den Kollegen da unten auf den Kollegen da unten auf Distanz bleiben ist gut für einen nackten Krieger du kannst Sachen schmeißen ja so und hier hinter ich glaube ich eh gerade gefesselt ich kann meine Runde verschwenden um meine Karte wieder zu holen kannst du würde ich aber äh ja gut du kriegst halt dann jetzt entweder Schaden oder dein wilde Magie hat auch aber ist ja egal da hätte ich noch so eine Bombe hier dann könnte ich sie mal konzentriere dich auf die Großen die Kleinen sind weniger gefährlich ne habe ich natürlich nicht ähm ich könnte ein Schwert werfen ich könnte immer Glühklinge werfen ne wenn du sie nicht mehr brauchst also ich meine du kannst dir danach nochmal suchen aber ne kann ich nicht schade ich kann Waffen nicht werfen äh doch kannst du nein kann ich nicht kannst du den ins Inventar und dann kannst du sie werfen ich kann aus dem Inventar gerade gar nichts werfen ist mein Zug dazu zu wenig oder äh ja dann achso deine Aktion ist schon zu Ende ja das ist wahr dann halt nicht ich bin gleich wieder tot alles gut die Skelette kümmern sich um den großen Bösen da hinten vielleicht werde ich mal nicht angegriffen bis dahin dann kann ich mich mit tränken da hin oder mit meiner Paladin Fähigkeit Hand auflegen äh da ist den Typen da sieht er nicht ich könnte ja vorerst mal da hinten hin auch schade und eigentlich ist das ein bisschen scheiße und die sind leider vor mir dran glaube ich ja ja soviel dazu ja das wäre sowieso irgendwann passiert wie viel Schwachsinn habe ich noch sich auflösen nach Läufern werfen 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 der da drüben den müssten wir mal naja den bei mir ne ne der da hinten der nicht bei dir steht der hinter der Truhe hinter der Truhe du meinst den da unten ich konnte den der wenn sie extra 3% spielen der ist für dich der muss erstmal hinkommen man kann auch nicht vorher getötet was ich bin ich bin ich bin ich bin jetzt erstmal der ich bin jetzt erstmal der deutscheste mönch den es je gab und ich bewerfe eine pflanze mit sandalen überhaupt nicht ich mach halt mit werfen echt mit dem schaden also hey hey das war hey das war das war gut ja feuer ist vielleicht schützt sich gegen pflanzen nicht gut genug hier steht noch da komm der mein gott der soll ich dich da unten unterstützen oder kommst du zurecht du kannst mal meinen charakter heilen das wäre hilfreich ich habe gerade nur ein paar skelette die heilung kommt gleich Dann könnte ich auch mal aktiv mitkämpfen. Ja, ja, jetzt tu doch nicht so. Oh, Skelett kann dir helfen. Oder? Dann mach mal. Ich kann dir gerade nicht helfen. Wenn ich die gleich fertig habe, dann kann ich mir selbst helfen. Ja, ja. Haben wir noch normale Heilträker, muss ich einen Mächtigen benutzen. Ich muss einen Mächtigen benutzen. Ah, ja. So geht's auch. Dann mach mal. Du kannst dich nicht angreifen. Doch, kann ich. Ah, ich klinge ein Bewegungsalter. Ach ja, du bist ja schon auf dem Level, dass du mit Bonusaktionen kämpfen kannst. Ja, klar, dann kannst du. Ich habe eine heilige Munition. Ah, aber ich kann nicht angreifen. Bringt wenig. Doch nicht. Aber die nächste Munition ist heilig. Ja. Ja. Aber ich kann auch nichts angreifen. So. Haben wir. Ja. Haben die irgendwas an Loots dabei? Nö. Nur Holz. Ja. Ja. Das hier ist ganz nett. Ähm. Das nehme ich mal mit. Ansonsten. Brauchst du ein bisschen Holzrande? Nö. Äh. Ich kann dir aber ein Amulett geben. Will jemand für euch einen Eiszauber? Also möchtest du für einen von deinen Eiszauber haben? Einen was? Eiszauber. 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 Weiß zu tun haben. Eine Schriftrolle Dunkelheit. Doch dann. Brauchen wir nicht. Doch dann. Ist das unnötig, weil dann... Da braucht man halt nicht, ne? Wollen wir einen langen Rast jetzt? Nach Zweikämpfen? Macht Sinn. Und wir konnten noch die Polizierung dann. Ein kopfloser Leichnam. er hat nichts dabei die überraschend machen wir gerade was sinnvolles was man sinnvoll nun bis in den kreis gelaufen das dachte ich mir so lange rast würde ich doch mal sagen kommt er nicht auch noch eine sequenz jetzt erst mal eine sequenz ja okay töten kümmer sie gerade wohl ja nicht ah i love this time of year the dickheads start popping up wherever you look what do you want miss aura drop the attitude and pack up your ears you've got a new mission absolutes cult has gone and grabbed one of zariel's assets a devil and a powerful one die ist bei mir im dankwürzchen überhaupt nicht aufgetaucht der ist ja auch weg der ist ja auch der war zwei sind zwei minuten lang mit meinem team bei mir theoretisch auch aber ich habe dann irgendwie geschafft zu verbagen ich konnte die tieflinge theoretisch alle töten wenn ich es wollte ohne dass er geht was genau habe ich damit zu tun vergisst vergisst es mit wegen kann dieser scherge in den trümmern verrotten wir haben sie wie haben sie den töten gefangen sie gar so mächtig ist in meine will ist doch ehe was soll noch machen was soll noch machen karen and quick sunshine and close that section 13 should promise so refuse abeyance or neglect duty the path holder shall cost the promised into a vernis i'll make it simple will fails or refuses and he turns to a thick blob of stink flesh and sinks to a vernis now be a good boy in play fetch pop or you'll spend an eternity sizzling in the hells um spider-man zu zitieren ein mr hardwester werde das mein problem was darin will reden ich glaube du musst mit ihm reden ja ja kümmerst du dich um den rest ja 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 du hast ihn schon aufgemalt oder bis beziehungsmisten mit so was gegenseitig er hilft ihr und sie muss ihnen helfen das könnte zu unserem gunsten ausgehen nachdem das will geopfert hat um euch zu retten zeit den gefallen zu erwidern wenn ich helfen würde mit so ein will in einen demogen verwandeln könntet die damit leben darum können wir uns wenn es so weit ist ja darum kommen wir uns wenn es so weit ist aber ich sage euch jetzt, es ist eine schlechte Idee zu spielen mit dem Dävlen, du wirst niemals gewinnen nicht, niemals Tadpottel ist es der Weg entdeckt was du denkst? was du denkst? hey a soldier, was du über den Tadpole? Ich bin glücklich zu sehen, dass du noch nicht die Tadpole-Slawping-Route durchgehst. Wir wissen noch nicht, ob dieser Besitzer unsere besten Interessen in minde. Ich? Nein, sorry. Ich bin glücklich, überdenkt es keiner, es könnte sich viel gewinnen lassen. Wir bekommen es vielleicht mit einem Kult zu tun, der mächtiger ist als wir ahnen. Wir brauchen eine Hilfe, die wir kriegen können. Na, 15, Alter, es geht. Du hast einen Bonus, ja, genau. Jawohl. Wie machst du das? Du hast immer Sinn gemacht, wenn ich dich wenigstens möchte. Gut. Ich werde eine öbliche Meinung halten, okay? Ich kann mir das so viel sagen. Jetzt, ich bin fertig. Also, wie gesagt, wir haben dann mit allen relevanten Charakteren geredet. Ich würde einen langen Rest starten, ne? Ich will nicht mit den anderen noch reden. Mit Schattenherz und so. Dieses Ort. Vielleicht sollte ich sie wissen, was sie mich liebt. Ich nehme den langweiligen. Sie liebt mich ganz bestimmt. Wer liebt wen? Kommt nicht zu vorherigen Schlüssen, das könnte was anderes sein. Das Blöde ist alles, aber was mit mir? Oh, Schattenherz ist ja immun gegen Schatten. Ich möchte ja nur sie mitnehmen sollen. Nein. Die haut doch nur so ab, nachdem wir den Tempel ohne sie gemacht haben. Das stimmt. Was wir tun werden, weil wieso sollten wir sie da mitnehmen? Ist doch nur ihre Göttin. Ihre Sache. Ja. Sie kriegt danach nur ne neue Frisur. Ich will meine Hand auf alles. Ich will meine Hand auf alles. Vorsicht, dass nicht wieder 100 Lager machen. Genau das. 100 hat es gerade. Warte mal. Oh mein Gott. 106. Ich nehme einen Vorratspack einfach. Es hat genau 40. Ja, ich nehme einen Vorratspack. Holy fucking shit. 106. Bei mir hat's im Dark Urge, ich glaube heute habe ich es gespielt. Die Räume der Absolut sind hier stark. Ich werde stärker werden. Wir müssen zusammenarbeiten, oder die Absolut wird uns beide entfangen. Ich kann das nicht indefiniert halten. Aber es ist gut, dass du deinen Prozess machen kannst. Ich habe keine Wahl, sie brauchte meine Hilfe. Ich habe getan was ich konnte. Ich weiß nicht ob sie alleine überleben können. Die Zeitverschwendung ist jetzt blauerich. Ich habe es nicht für sie getan. Die Goblins standen mir im Weg, also habe ich sie getötet. Ich habe es nicht für sie, dass sie sich schläft. Ich bin der, dass es sich für sie zu schlafen. Ich habe es nicht für sie, dass sie sich schlafen und sich nicht für sie zu schlafen. Ich habe es nicht für sie zu schlafen, sondern für sie zu schlafen. Ich habe es nicht für sie. Ein Wagen auf ein Wagen mit nur ein Beinemann zwischen ihnen. Was ist dieser Kamera gerade los? Keine Ahnung. Sie hat gerade hingesetzt bei mir. Ja, aber die Ordnungen sind wunderschön erratisch, als ob das Absolut nicht seinen Geist machen kann. In jedem Fall, das Absolut weiß, dass du mich mit dir gehst. Ich bin die... Das ist nicht, wie du musst... Jetzt, ich bin der Rest. Das ist relativ unspannend. Bis zu dem Zeitpunkt, wo er sich zu erkennen gibt, als der, der wirklich ist, sind doch alle Sequenzen mit dem sowieso... Pfff. Relativ wurscht. Kann man eigentlich durchskippen. So schnell noch mit Gale... Mit Gale Romanzen. Was ist das Falsches sage? Einmal kurz bei den Momenten. Hallo, wie geht's dir heute? Wurscht mich. Du bist eigentlich ein ganz nützliches Teammitglied. Komm, lass uns ficken. So ungefähr ist das. Du bist nicht ganz so nervig, wie ich erwartet hab. Okay, jetzt. Jetzt verkehrt. Sofort. So ungefähr ist das bei Gale. Ich meine, er hat halt nie irgendwelche Freunde. Wie? Er hat keine soziale Bindung. Ihr kennt mich. Du bist jetzt vorsichtig. Ich bin... Es ist die sehr Antithesis von Followern von Mistra. Die, die auf die wirkliche Weave kenneben, haben... ...heuert Technik... Jetzt. Ich denke, es ist Zeit, dass wir auf die Lichter-Sobjekte gehen. Denn wir sind auch in der Dunkelheit verloren. Was? Ich glaube, sie würde nicht so etwas fragen, wenn es nicht unsere einzige Beweise für die Überlebung waren. Aber unsere Wahrheit ist, ich fühle mich mehr in Frieden, als ich in Monaten habe. Zumindest jetzt, ich weiß meine... Wie für Elminster... Und Mistra hat zu früh geöffnet, der Gott, der war der Ende, als ein Event, das mir kam, als Karsis' Followern. Wir reden ja auch nie mit ihm. Wir reden ja auch nie mit ihm. Nein. Weg gehen. Nein. So lange verlassen, weiter geht's. Klage ist wichtig für hier. Wir haben viele Pflanzen. Feuerwehr ist immer nützlich. Hast du die Truhe schon gelootet? Ja, ja, die haben wir schon. Mit dem Windstoß hat mir gerade den Arsch gerettet. Er trägt natürlich nicht Rüstung, das heißt, Magierüstung ist irrelevant. Und wo bist du jetzt hingehauen? Ich stehe schon wieder bei den Leichen. Ich habe gerade ein paar Skelette geholt. Schlafen waren ja egal. Oder die Phantom. Ach, da geht's lang. Dann würde ich mal sagen... Ah, hier, da ist das Last Light In, glaube ich, zumindest. Und wenn wir da rechts... Ja, ja, ich bin gefordert. Wenn wir da rechts lang gehen, kommen wir zu dem... zu dem... Dings... Festgeber. Ja. Mit uns nichts. Nehmen wir einen Counterspell mit. Weil, warum nicht? Oh, hier ist ein Klohälschen. Oh, wir sind hier. Hier sind wir. Warte kurz. Meine Kette hat wieder mit mir geredet. Mordi. Ja, ich weiß. Ich kenne das Bild. Nicht stören. Kann er das Kletzlich setzen? Oh, hast du Klet... Ich wollte gerade gucken. Ne, kann es nicht. Oh, schade. Warte, ich bin doch Paladin. Ich habe doch Tiergestalt, oder nicht? Du bist Ruil. Du hast Tiergestalt, ja. Du kannst es auch benutzen, weil es ist... Sekunde. Es ist generell nützlich, wenn du das benutzt. Wo habe ich denn das Tiergestalt? Welchen wird's? Oh. Warte mal kurz. Der Große. Sehr schön. Ja. Gib die nicht auf, die ist für den Kampf auch durchaus nützlich. Da halt die einfach mal ein bisschen. Fantastisch. Ja. Ich loote mal hier hinten. Hier waren die Farben drin, ne? Oh, diesmal nicht. Keine Ahnung. Ah. Ich glaube, da sollten wir mal hinter. Erdhaufen. Da drüben... Da drüben... Ah, da drüben gab's noch die Sache mit dem kleinen... Schatten... Kind. Das sollten wir auch noch machen. Was? Hast du das nicht erlebt? Ein Schattenkind gibts dort. Dann geh mal dort hier drüber, hier. Folge mir. Für den großen Wehen. Ehm... Großen Dachs. Ich... Komme. Vielen Dank. Ja, alles klar. Ich weiß nur, dass man hier... 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 Eine interessante Story. Ähm... Also ich weiß nur, wie hat man... Gegen zwei von diesen... Teleportierenden... Drecksviechern... Die einen greifen... Dann lass uns da mal hochgehen. Die Völge mir. Hier gibt's einen... Wegpunkt. Ah, hier war... Hier war ich definitiv. Aber ich hab das wahrscheinlich... Konsequent übersehen. Da gibt's das Spiel... Das... Das Kind will, dass du mit ihm... Verstecken spielst. Und das kannst du... Das kannst du erfolgreich machen... Oder gegen ihn kämpfen. Irgendwo... Wir töten es, oder? Irgendwo war hier ein Kind... Versuch mal die... Ah, hier... Jetzt kommt die Sequenz bei mir... Bei Kana... Bum... Ich schaute dich! Ich sah es! Ich loote sein Zeug in der Zeit. Kannst du mal zugucken? Du hast das noch nicht anhebt? Ich fragte jetzt... Ich fragte jetzt... Ob ich mit ihm spielen will... Wer bist denn du? Spielen... Kinder haben hier nichts verloren... Wenn du überhaupt ein Kind bist... Ich jage Leute... Nicht so in Schreck ein... Sonst kann... Kann es schnell passieren... Dass sie nicht aus Versehen töten... Ich hab keine Zeit für sowas... 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 Wenn du mit deinem einen Weg hast... Wenn ich dich nicht finde, dann... Los geht's... Sondern? Du kannst ihn suchen... Nein nein, das ist deine Quelle... Ich loote die Kiste. Ich hab das schonmal gemacht... Du hast das noch nie gemacht... Jetzt such ihn... Ich hab ihn schon gefunden... Findest du ihn auch? Er ist nicht schlecht versteckt... Er ist nicht schlecht versteckt... Wenn du es mal die Such... Ich habe zwei Sekunden gebraucht um ihn zu finden. Wie lange brauchst du? Der ist nicht gerade unauffällig. Ist mir jetzt herzlich egal. Ich habe gerade einen super Ring für Astarren gefunden. Du hast dich noch nicht gemacht also. Ich habe keine Ahnung. Ich habe ihn, glaube ich, beim ersten Mal getötet. Ich habe keine Ahnung. Mach du einfach mal. Ah, Wahrnehmungswürfel. Ist nicht gerade unauffällig. Das ist der Schlechte im Verstecken. Jetzt wird es lustig. Ach, sind das jetzt diese Verlagerungsviecher? Jetzt sind Schatten mit dabei. Jetzt musst du den finden. Aber gleichzeitig darfst du nicht bei denen Schatten werden. Das beginnt der Kampf an das rote Ring. Erstens, er ist nicht sonderlich auffällig versteckt. Zweitens. Machst du Taschenbekleid. Ich weiß nicht, ich habe ihm gerade seinen Ring geklaut. Ich habe ihm gerade seinen Ring geklaut. Oh Mensch. Wird das jetzt ja schwer gewesen. Dann sprich von meinem Team. Würde ich. Jetzt haben sie mich aus irgendeinem Grund erwischt. Beziehungsweise jetzt muss ich sie halt erst mal töten. Mich nicht. Komm schon, lass uns gehen. Na ja, du bist doch noch versteckt. Easy, oder? Soll ich ihn ausschalten? Huh, wen? In den Jungen. Warum tützt du einfach einen Jungen? Er ist ein Schatten. Und? Was war das denn, die Skelette? Dann kämpfen wir halt mal. Erstmal... Ja, ich meine, jetzt erstmal die Typen hier fertig. Oh, Moment. Das Tariot ist noch gar nicht im Kampf. Das heißt, er kann sich theoretisch... Ich glaube, der Oliver ist unverletztbar. Ich glaube, der Oliver ist unverletztbar. Ja, ist er. Kann sich theoretisch hier hin bewegen. Kann dann... Schocking-Wert reinbewegen. Ich bin ihm ganz sicher beim Ender-Gertsch-Plieg-Tammer. Und jetzt kann ich hier einen schönen, alten, alten Sneak-Attack reinbewegen. Wann? Ich baller den... ...den Vater. Ja, jetzt noch ein paar von uns, Mama. Du hast Klaus. Ja. Wundi. Nostia hat er auch. Das beste Mann, 담' Moyen all the time. Schön. Ja gut, ich habe den Vater gerade in einer Runde fast getötet... Fast komplett vernichtet. Das ist ein Lückewunsch. Ich schlafe übrigens, was ist ja ungewohnt. Ja, und Papa ist tot. Nein, noch nicht. Warum schlafe ich? Keine Ahnung. Das ist nicht gut. Wundchen greift das Skilette an. Wundchen greift die zwei Skilette. Soll er doch. Ich schlafe. Ich kümmere mich mal, Mami. Da die beiden jetzt hintereinander gerade sind, werde ich jetzt die beiden Skilette tatsächlich anpassen. Ich bin hier auf Platz. Aha. Oha. Ich habe so eine Megaqualle erschaffen. Keine Ahnung, was die macht. Gesterflumpf. Achso, ja, der explodiert. Der explodiert gleich. Oh oh. Das war ein Sneak Attack einmal. Raus gehen. Ich mache dann Mittagspäuschen. Bis es ausschaut. Papa töten. Ich mache das. Ich habe das. Ich habe mich mal auf die Kampfer. Ich habe das. Jetzt schon. Na toll. Und mein Tiergestalt ist weg. Und die... Ich habe das unsichtbar gewohnt. Ja, ja. Ja, das ist Tavion, der kann aber nichts gegen die Unsichtbare machen. Ja, ich kann halt kein Sehen zum Angriffen. Das hätte ich jemandem gewöhnt. Ja, ich schicke den mit Unsichtbare Sehen gleich rein, Moment. Wo ist der Vater? Ah, sie ist oben! Sie ist nicht unsichtbar, sie ist oben! Aha. Gut. Du musst dich einmal schön selbst geblasst. Nett. Oben, sagst du? Vielleicht kann ich hier irgendwo hier hochkommen. Keine Ahnung, wie ich da hochkam, aber... Okay, ich kann sie nicht erreichen. So ein Mist. Ja, alles gut. Soll ich das Kind töten? Ähm... Kannst du auch erstmal noch am Leben lassen. Okay. Ops! Warum? Das war der falsche Gegner. Der ist kein Gegner. Was tötest du einfach das Skelett? Ich hab die Felschen angegriffen. Das macht man nicht. So, Mutter verstehe. Komm wieder runter. Mutter greift die Magier an. Die Mutter greift gleich mich an. Ja, ich dachte, weil sie in die Richtung gegangen ist. So. Der Hund hat fast Schaden gemacht. So. Ähm... Wie wäre es damit? Mutter tot. Es ist ein weisen Kind. So, wo ist das Hund? Der ist im Moment neben meinem Mönch irgendwo. Wo ist der Mönch? Der steht hier. Ähm... Neben den Skeletten. Nö... Geh mal zu dir. Wenn es sich mal wieder sichtbar macht irgendwo. Ja, nee. Ach du, Quader. Der Flump, der ist relativ armlos. Hier, ein Hyädenohr Junge. Ja, cool. Kann ich jetzt erstmal nicht... Runde skippen. Und warten, dass er wieder anders ist. Wenn wir Glück haben, wird er von dem Fump getroffen. Skelette schlagen einfach mal ein bisschen. Skipp doch einfach die Runden, dass er wieder... Nö. Es ist ein Untotenverhalten, sicher auch so. Tarion stellt hier die Tür. Er wurde, glaube ich, in der Tat getroffen. Bist du besser auf meinem Weg? So und, wann kommst du wieder? Es gibt Meister. Es ist überhaupt kein nerviger Gegner oder so. Ja, sichtbare Gegner sind ein bisschen scheiße. Unsichtbare Gegner, die nicht wirklich unsichtbar sind, sondern einfach halt irgendwo random stehen. Ah, da ist er. Ja, jetzt nicht mehr, weil... Jetzt kannst du den Flächenangriff machen, auf die Stelle, wo er war. Der kann jetzt irgendwo hier sein, der kann aber auch irgendwo am anderen Ende der Map sein. Das ist die Scheiße bei solchen agilen Gegnern. Das ist doch super nervig. Vielleicht mal versuchen. Kannst du gern tun. Damit verletze ich dich um den Steeren. Dann bewegt dich ein bisschen. Geht nicht. Ja, dann mach's nicht. Tja. Durchskippen. Ja, cool. Hier ist er schon mal nicht. Vielleicht greift er jemanden an und bleibt dann von der Weile sichtbar. Mal ein paar Runden durchskippen. Ja, nee, der steht jetzt irgendwo da in der Ecke. Irgendwo hier. Ich gehe einfach zu durch und warte. Dass er angreift. Schieß einfach mal grob in die Richtung. Bringt doch nichts. Durchskippen ist er wieder dran. Ah, na also. Jetzt hat es endlich mal funktioniert. So, jetzt. Hier. Was warst du? Ich warst nicht. Ich bin in die Richtung. So, ich mach mal eine. So, und sie tut. Ja, guck, kann ich jetzt mit dem Kind endlich reden? I need a quick word. Er hat mir was reden, oder? Das kann gar nicht. Dieser Preis kann gar nicht. Ja, also tut mir leid. Jetzt ist er tot. Ja, jetzt war ich folgendes. Ich gewinne immer. So. So, und Shortress. So. Ihr habt das Kind mitgenommen. Wollen wir jetzt zur Taverne, oder? Ja, hier gerade treffen, oder? Ja, wir haben ein rotes Kind im Inventar. Dann machen wir das mal. Wie geht's, glaube ich, hier runter? Wird tief. Äh, ich lose erstmal hier noch die Leute, die liegen. Mach das. Ach, nichts. Ja, hier gibt's nichts. Haben wir auch vorbald wieder eine lange Rast zu machen? Weil dann würde ich jetzt nochmal eine Tiergestalter hinnehmen. Um nochmal als Tiergestalter in die Taverne zu kommen. Wie kannst du generell machen? Wir werden sowieso früher oder später lange Rasten machen. Ich mach mal das. Ich mach mal die Katze. Mach mal auf Katze. Ich bin gespannt, wie das in der Katze hinaus sieht. Ähm, wo geht's zur Taverne? Ich weiß es nicht. Ich glaube, hier irgendwo war das. Oder nicht. Nicht, dass wir irgendwo hinlaufen, dann... Äh, die Taverne ist... Irgendwo hier. Ich hab's doch schon mal gesehen. Irgendwo. Jetzt nicht noch in den Kampf geraten, weil... Ich war eine Katzen-Bestaltung, ist ein bisschen scheiße. Äh, Katzen sind gut für Ablenkung. Da hinten müssen wir lang. Geh du mal voran, ich hab gerade keine Orientierung. Nein, hier nicht rein. Hier gibt's noch ein Kampf. Wenn wir da reingehen. Ich weiß. Ich weiß nicht, wie ich das... Ich kann was später machen. Hier links müssen wir da. Bei den Toten. Bei den Toten, wo ich mir immer meine Skelette mitgenommen hab. Einmal hier rüber, über die Brücke. Da hinten. Du wolltest vorangehen, dann geh voran. Und du kommst an das letzte Licht. Die Katze kommt angeschlichen. Dann Katze geht rein. Aber siehst du da. Keine Schäden. Du da. Geh voran und schau deine Hände aus deiner Wehren. Wer bist du? Geh voran und schau dir. Ich versuche gerade mal, gerade mal was. Hängt bei dir auch? Hiss. Ich sage Hiss. Ach nö. Ich sehe. Ja, vielleicht bist du recht. Ja, das ist schön. Ich fäng hier gerade in einem fucking Wallpaper. Okay, jetzt. Ja, ich bin auch wieder zurück. Aha. Meine Güte, ihr seid wirklich ja ihre. Ich habe mich als Katze schon mal reingeschlichen. Ich bin... Ich fäng schon am Tresen ab. Während hier noch was passiert. Es ist, dass er seine eigene Kind weiß. Ich bin keine wahre Seele. Ich bin keine wahre Seele. Ich bin keine Sinne, um die mitgegenen Atmen zu reißen. Ich bin ein Schicksal fügen. Man nimmt immer die Klassikationen. Ja. Wir wollen sie nicht jetzt schon töten. Ich wollen sie gar nicht töten. Wir wollen sie eigentlich im Team. Wir hätten Hälfte ins Team holen sollen. Vorher. Harpers, cut this true soul down. Der ist schon im Team? Ich dachte, der kommt erst nach drei dazu. Was machst du? Sie ist derjenige, der uns bleibt. Ah. Sie ist derjenige, der die Emerald Grove schützt. Ja. Wir haben die Lieblingsfreunde. Sie ist derjenige. Nicht so schlecht, dass sie sich mit ihr zusammenhängen. Sie save zwei von meinen Freunden. Eine von einem Harpers und eine von einem verdammten Drogen mit einem Schnee. Sie machte nicht einen Fuss von unseren Thäden. Ich glaube, dass ich sie mit meinem Leben vertraue. Eine wahre Seele mit einer eigenen Meinung? Wie ist das möglich? Was in der Hölle ist das Ding? Ihre Sagen, was du über das Artefakt weißt. Bisher war es ein Lebensritter, das stimmt mir auch nicht zu. Dann kann ich auch nur warten. Gratulich. Du hast dir selbst den Vorteil des Wunderschönen. Hör mich, Harpers. Alles klar. Auf Wunderschöne. Ich werde nicht präsentieren, zu verstehen, was das Artefakt ist. Wie alt genug ist sie auf jeden Fall. Sie war schon in Baldur's Gate 1 dabei. Sie ist eine Elfin. Also, ja. Sie waren in Baldur's Gate 1, einer der Hauptcharaktere. Ich bin hier froh, Bob. Meine Ansichten gehen euch nichts an. Du bist nur in Zeit für die Glückwunsch. Es gibt Essen in der Inn da oben. Bedeutung auch, wenn du Rest brauchst. Aloe-Oil in der Kuppert. Falls die Wien dir eine Rache geben. Settle. Dann komm und mit mir für einen Drink. Du kannst nur der Gott senden, den wir für uns präsentieren. Ich gehe einkaufen. Ich bin nicht mehr einkaufen. Ich bin nicht mehr einkaufen. Ich bin nicht mehr einkaufen. Ich habe übrigens die Katze verscheucht, die hier rum hängt. Da habe ich gesagt, das ist mein Gebiet. Seine Majestät ist jetzt nicht mehr da. Da habe ich gesagt, dieser Erbhau. Ah, doch, da ist er. Ich bin hier die Katze im Haus. Wir sind jetzt hier in der Waren. Wir sind jetzt hier in der Waren. Nein. Okay. Und wo bist du jetzt gerade? Ich bin einkaufen. Bei den Händen da draußen. Vor dem Tor. Ich kann nicht mehr mit ihm reden. Apaganda, am besten Stock. Du bist das meiste in deinem Inventar. So, das brauchen wir. Ach komm, ich verwandle mich wieder zurück. Das macht doch keinen Spaß. Ich rede mal mit der Alphira. Oh, du bist okay. Danke dir. Ich war überrascht, dass sie dich auch bekommen haben. Ich glaube ein paar Schatten könnten mich besiegen. Gut, dass ihr das auch geschafft habt, sowas für ein Buch. Ich sehe einige vertraute Gesichter, aber wir sind gerne dran. Du wirst nicht wissen. Die Sterne sind weg. Wir waren in der Dunkelheit, von Kultisten. Und wir verabschiedeten. Aber das war nicht genug für sie. Sie haben uns umgekehrt, wie Kinder. Asherak war mit den Kindern. Er sagte ihnen, dass es alles gut sein wird. Vielleicht ist das, warum sie ihn gekauft haben. Er sagte ihnen zu Neil. Sie nahmen seine Augen zuerst. Dann hat er seine Zunge. Sie hat noch ein sehr gutes Schild, was sie gebrauchen könnte. Die Händlerin hier, soweit ich weiß. Verdammt gutes Schild. So, Todeswolke brauchen wir jetzt nicht. Grausamer Schlaffeln können weg. Späze Stellen können weg. Wenn du ein bisschen Geld übrig hast, könntest du mir das Schild besorgen. Oder ein paar andere gute Sachen für einen Paladin. Ja, ich checke gerade, ob ich überhaupt Geld übrig habe. Wenn du Sachen verkaufst, müsstest du dann ja was kriegen. Ansonsten versuche ich es mal, was Sachen zu verkaufen. Also ich muss auf jeden Fall machen mitnehmen. Ansonsten haben wir halt relativ wenig Zeug. Beziehungsweise, nein, wir haben nicht wenig Zeug. Ich muss mal kurz... Ich habe doch noch ein bisschen was an Schott in meinem Inventar. Das könnte ich auch verkaufen. Äh, schieb mir alles ins Inventar, was du nicht brauchst. Ja, das verkaufe ich gerade selbst. Ich gehe gleich auch mal noch hin. Dann kann ich mir vielleicht sowas wie ein Schild kaufen. Ich sage das nicht. Ich muss nicht denken, was hätte passieren, wenn Kal und Lea nicht da waren. Wie machst du das? Wie machst du das? Wie machst du weiter? Ich rede gerade noch ein bisschen mit Elvira. Ja, also... Ich weiß, was auf dem Spiel steht. Ich kämpfe für die Natur und für das Gleichgewicht. Ich kämpfe für das Leben. Gefahr ist mein Leben. Du hast dann schon viel gemacht. Du hast schon so viel für uns gemacht. Aber ich muss uns fragen. Die anderen können immer noch da sein. Wenn sie nicht tot sind, sind sie in der Erde. Und Gott sei Dank auf jemanden in diesem Hörspit. Bestimmt foltern die Kulissen sie gerade. Okay. Ich habe gerade das Vorratspaket. Ich habe gerade das Vorratspaket. Ich habe gerade Elvira besprochen, dass wir die Tieflinge aus dem Moon-Meistern retten. Und zwei Vorratspakete abgesahnt. Von der Quartimeisterin. Wenn du gut bist bei Jahira, dann bist du gut bei mir. Es hat irgendwo ein Schild. Ein Schild der Hingabe. Genau das. Das versuche ich jetzt mal zu kriegen. Das könnte für meine Patalien ganz gut werden. Ich weiß nicht, aber was macht das? Und du solltest dir für Karlacht die... ähm... ...nächtige Kleidung mitnehmen? Es hat Schildschlag und zusätzlich Schild der Hingabe. Beistand. Wann es sowohl des dritten Grad ist. Das ist ein ziemlich gutes... Ein Verteidiger-Zweihand-Axtgründ auch noch. Und eine Waffe, die gut ist. Äh, du meinst die äh... Außer für meinen Charakter vielleicht. Die mächtige Kleidung solltest du definitiv für Karlacht mitnehmen. Welche mächtige Kleidung? Das, was mächtige Kleidung heißt. Obsidianische Rover. Der Hut des unbefangenen... ...Koshigo. Das wäre für dich was. Den nehme ich auch gleich mit. Das, was ich als zweites wollte. Ich wollte den Schutz umhangen und ich wollte... ...den Hut haben. Was für mächtige Kleidung willst du da haben? Ich bin vielleicht bei einem anderen Händler wahrscheinlich. Der mächtige Stoff. Ah. Ja, der mächtige Stoff. Du erhältst Stärk des Spiels und deine Stärke wert wird um 2 und maximal 20 Euro gewählt. Unbeirrt das Spiel. Das habe ich auch... Das habe ich glaube ich auch irgendwie in meinem Dark Earth schon benutzt. Aber habe irgendwie... Diese Bullen... Diese Bullen ansturmen... Ich habe es mehrfach ausprobiert. Ich habe aber nicht verstanden wie man das einsetzt. Und wir haben es nie geklappt. Diese extra Attache die du dadurch kriegst. Diese Bullen ansturmen, sagt man. Keine Ahnung wie man das dann... Du rennst auf einen Gegner zu. Das hat aber irgendwie bei mir nie geklappt. Vielleicht geht es jetzt. Irgendeine... Irgendeine Waffe? Lohnt sich das dann... Ich habe auf Schwert gespielt, oder? Das ist bei mir. Das Alemann-Schwert noch. Eine Zweihand-Axt jetzt zu holen macht jetzt keinen Sinn, oder? Ne. Ich würde es so stellen. Verteidiger Zweihand-Axt. Dann belasse ich es mal bei den zwei Sachen. Wir sind ziemlich viele Schriftrollen. Hast du die gerade verkauft, oder? Die Schriftrollen habe ich gerade verkauft. Schriftrollen, Feuerball und so weiter könnten... Nein, Schriftrollen, Feuerball lohnt sich nicht. Feuerball haben wir schon per Default drin. Also sowas wie einen schwachen Elementarbeschwören? Der ist sogar ein richtiger Elementar. Richtiger Elementar ist gut, den kannst du mitnehmen. Schriftrollen, Elementarbeschwören hast du da? Entweder hast du es verkauft, oder... Nein, die ist nicht von mir. Das könnte hilfreich sein. 5.000, ja gut. Das wird wahrscheinlich nichts. Ich kann versuchen, das Ganze dabei einzutauschen. Lebensspender, die brauche ich auch nicht mehr. Ich habe ganz schön viele Funkelhände und so weiter. Das könnte was wert sein. Nicht-Karkophonie kann ich verkaufen. Ach, ich wollte es doch unbedingt haben. Ja, ich habe die... Ich habe die... ...die Adamantlandschwert, das ist schon... ...ein Kettenpanzer kann ich verkaufen. Aber 4.000, äh, 5.000 komme ich nie. Ich kann mir das nicht, also... Schriftrollen kann ich nochmal zurücklegen. Das ist schon... Naja... Da komme ich viel eher drauf, als überhaupt. Schriftrollen mit Toten sprechen kann ich verkaufen. Ja, das haben wir als free. Schriftrollen Dunkelheit kann ich doch auch verkaufen. Schriftrollen Windstoß kann ich auch. Wurde vorhin benutzt. Dimensionstor. Haben wir. Schutz vor Gut und Böse. Brauchen wir nicht. Ich komme trotzdem auf die 2. Runde 7 und dann komme ich nicht hin. Ich kann mir das nicht brauchen. Ich kann die ganzen Bücher hier nochmal reinwerfen. Vielleicht bringt das irgendwas. Das ist scheinbar die Festgegenstand. Was tippst du da gerade? Ich tippe. Dinge. Aha. Spannend. Ich gebe noch irgendwas dazu, aber... Ich kann mir... Beides mit dem mächtigen Stoff und den Schild kann ich mir beides nicht leisten. Das ist beides sehr teuer. Einfaches Gift könnte ich noch verkaufen. Ich habe nicht so viele Minuten. Trank des Sprechens mit Tion. Das Blödsinn. Kannst du verkaufen, du bist Ruido. Doch. Öl. Ich verkaufe das einfach mal, meistens weg. Da habe ich eben keine Mon jemals benutzt. Ich weiß welch ein Fehler das ist, aber wenn du es brauchst, kannst du es dir zurückholen. Ich gehe da schon mal kurz rüber zu Damo und guck mal ob er irgendwas hat. Das Schild kann ich mir davon kaufen. Den mächtigen Stoff, den schaffe ich nicht. Ich guck mal, dass ich den mächtigen Stoff mitkriege. Versuchst du dir mitzunehmen, ansonsten ich kann mir den nicht leisten. Ja. Wie gesagt, ich rede jetzt einmal kurz mehr. Ey, warte mal bitte, du musst mit dem reden. Ja, aber er ist auch der Händler. Immer noch. Wie kostet das? 2400 kostet das. Hast du eigentlich noch infernalisches Eisen im Inventar? Karna hat ein bisschen was glaube ich. Kannst du mir das rüber geben, dann würde ich teilweise uns Waffen draus machen lassen. Man braucht ja glaube ich insgesamt drei für die Maschine von ihr, oder? Ich weiß nicht, ich glaube du hattest alles mit bei dir. Einfach mal gucken. Ich habe genau zwei, sie hatte auch noch ein bisschen was. Eine Münze hat sie auf jeden Fall bei sich. Das weiß ich. Ich muss gerade mal gucken, ich handel gerade noch. Ich werde ja nicht zu viel verkaufen. Ich habe nicht mehr ein paar AX hier, aber jetzt zurück. 91 zu wenig, du toll. 52 zu wenig. 52 zu wenig. Ich muss ja noch den Kauf entkriegen. Ach Scheiß, Dreck. 53 zu wenig. Ich verkaufe alle meine Ecke. Ich habe jetzt keine verhandlenden Schärferwerkzeuge mehr. 53 zu wenig. Hm... 65... Okay, ich gebe hier 10. Okay, mein Inventar ist leer. Sehr schön. Ähm, möchtest du... Möchtest du ein kaputte Höllenlicht-Rüstungs-Set haben? Äh, keine Ahnung. Kannst du mal versuchen, ob du den Stoff kriegst. Ansonsten... Ja, deshalb habe ich das gerade gemacht, weil die ist scheiß viel wert. Die ist nämlich 3200 wert. Wenn du die jetzt nicht willst, das würde dir einmal ähm, Infernal, äh... Helles Verbiot geben. Und eins weniger Stichschaden auch bei einer 18er Rüstungsklasse. Aber das Schild... Das Schild verringert die, die, den Schaden von dem oder Mann-Klangschwert. Das habe ich scheinbar doch irgendwie ohne Schild... Ja, weil du dann nicht mit zwei Händen angreifen kannst. Das ist immer so. Aber du bist halt besser geschützt. Das ist ganz gut. Ja, also die Höllenlicht-Rüstung willst du nicht? Alles klar, dann hole ich jetzt für mich... Was kann die... Ist das für Kaderpflicht was Gutes oder? Wie gesagt... Nein, das ist eine schwere Rüstung. Das ist ein Paladin-Fighter-Ding. Ich habe die Ritter-Rüstung. Da meinst du, das ist so ziemlich die... die beste, die man haben kann. Level 18. Ja. Ja. Ja, ist... Also wie gesagt, die hier hätte... Würde dir halt noch einmal Infernal... äh... Hellish Rebuke als Zauber geben. Also, dass du Leuten Schaden machst, wenn sie dir Schaden machen. Und du erleidest eins weniger Stichschaden. Wäre ganz gut, aber... Aber sie ist halt hier in dem Fall auch 1185 wert. Was... Wofür wir halt ordentliches Zeug kriegen würden. Ja, dann kriegst du... Dafür gibt es dir, glaube ich, fast schon die Rüstung für Kader. Deshalb meinte ich. Und den Höllenlicht Helmiadus. Das ist ein Bonus auf Rettungswürfe gegen Zauber. Verzichtbar. Das haben wir relativ gut aufgestellt. Also... Soll ich dann schon mal zu Daemon gehen mit Kader? Ja, ich hoffe, du hast wirklich noch was, weil ich habe jetzt gerade das, wie ich schon vorher gesagt habe... Nein. Das was ich jetzt an Eisen... Das habe ich nicht. Dann haben wir kein... Dann haben wir kein Eisen mehr. Also kein Infernal-Eisen. Ich hoffe, dann haben wir trotzdem irgendwie noch genug für die Story-Quest. Können wir gerade auch trotzdem irgendwie reden, damit es hier... Ich weiß es... Ich weiß es ehrlich gesagt. Was hast denn du dabei? Was hast denn du bei dir? Oh, ich schweig jetzt. Ich habe jetzt einen ganzen hoffen, welche Mistenzutaten und Essen dabei. Ich meine... Hast du noch ein Infernalisches Eisen? Wenn es der war... Nein, habe ich nicht. Das ist scheiße. Dann können wir gar noch nicht retten. Wir kriegen auch weiterhin noch... Wir kriegen noch... Wir haben halt jetzt gerade keins. Das ist halt jetzt ein bisschen suboptimal. Aber ich habe es dir vorher gesagt, dass ich das... Dass ich denke, das zu machen und ob du was dagegen hast. Hattest du denn? Und ich habe gesagt, ja. Weil ich habe... Ich bin mir nicht sicher, ob das... Ich habe gesagt, warte mal. Ich gucke nur nach, ob das dann... Aber gut. Wir sprechen uns hier immer sehr gut ab. Wir sprechen uns offensichtlich gut. Aber ich habe nur nicht verstanden. Ja, sie müssten noch was drin haben. Mach mal. Das ist was bei mir. Ich habe gesagt, ich weiß nicht. Ich handel gerade. Und was hast du jetzt... Wofür hast du das gerade verschwendet? Für die Rüstung. Die uns wiederum... Die gute Rüstung, die wir tatsächlich brauchen... Verschaffen wird. Manchmal. Also jetzt noch nicht mit dem reden. Das können wir mit Karlachter sitzen noch nicht angehen. Was ein Blödsinn. Irgendwann wusste ich nicht. Wenn das über Roland geht, geh weg! Und wir holen dann. Wer ist wohl denn? Dann kannst du Rüstung nochmal neu laden. Dann... Dann können wir das auch anders machen. Ich finde das wirklich so wichtig, dass wir das jetzt machen. Und du kannst es auch später machen. Wie gesagt, das ist jetzt deine Entscheidung. Wenn du sagst, wir laden neu und dann... Will man eine Chance haben, das noch später zu machen? Ähm... Ich bin mir sehr sicher, dass wir noch infernales Eisen kriegen. Ich weiß aber nicht 100%. Ich kann doch mal gucken, wo wir in Akt 2 welches herkriegen. Aber die Frage ist, ob dann... Der mir noch da ist, weil... Wenn wir jetzt... Wenn wir den Einkampf... Schaff... Wenn wir den Einkampf schaffen, dann ist er noch da. Hm. Und wenn er nicht bei dem Kampf stirbt. So... Und von einem... So... Kriegen wir denn in Akt 2 was. Wir haben sehr viel übersehen offensichtlich. Äh... In der Mason's Guild kriegen wir was. In Balthasar Sword kriegen wir was. In Balthasar Sword kriegen wir was. In Gondel of Shaw kriegen wir was. Also 3 Stück würden wir noch kriegen. Dann sollten wir das vielleicht machen, bevor wir die... Den Kampf starten hier. Dann sollten wir ein bisschen... Ja, das ist... Dann sollten wir... Dann sollten wir ein bisschen... Dann sollten wir... Dann sollten wir... Dann mal wieder rausgehen und dann... 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 Hier und ins obere Erdgeschoss, in so... In die obere Etage gehen, wenn wir... Wenn wir... Oh, es riecht noch mehr? Wenn wir so weit sind. Wissen wir wie war das Trigger? Wolltest du den mächtigen Stoff kriegen? Für den reicht's tatsächlich trotzdem nicht. Aber es reicht zumindest für den... Ach, ich kann dann eher noch den... Die Kappe des Zorn treffer um. Theoretisch dann würde es vielleicht sogar reichen. Fast. Der mächtige Stoff... Äh... Wirst du vielleicht Carlos aktuelle Rüstungen ins Inventar schmeißen? Und... Nee, aber Carlos hat ein paar Sachen, die du noch verkaufen kannst. Der ziemlich viel zu ex-passlich. Dann schmeiß ich mir... Dann schmeiß ich mir einfach mal ins Inventar. Zum Beispiel so ne Keule... So ne magische... Keule... So ne Rüstung... Ich kann hier grad nichts ins Inventar packen. Weil du grad am Handeln bist. Dann schmeißt... Ähm... Ich hab so was... Ich hab so was wie ne... Wie ne Keule für 330... Gold... Eine... Eine Fellrüstung für 310 Gold... Eine für 160... Eine Waffe für 130... Eine Immergnüchklinge für 130... Eine Rüstung des Heckenwanders für 130... Eine Waldweitschild für 115... Noch was für 110... Gut, dann... Also geh mal aus dem Kamera... Geh mal gleich aus dem Handel raus... Dann schick ich mich wie ich das alles rüber... Dann kannst du da... Kann ich grad... Ja, dann machen wir das so... Hier... Dann schmeißt du mir jetzt rein... Warum kann ich das grad nicht tun? Ich versuch's... Also jetzt... Bin ich frei... Ich hab... Ich hab... Irgendwie... Ist das verpackt oder... Dann... Kannst du's... Kannst du's bei Astarion nicht im Inventar ballern? Ich versuch's... Ich hab auch noch das Idol von Sylvanus... Okay, zu Astarion kann ich's schicken... Zu dir aus irgendeinem Grund nicht... Wahrscheinlich weil ich überladen bin... Astarion kriegt jetzt jede Menge Geld vor das Zeugs... Ja... Ich glaub die immer noch Glück kriegen kannst du auch nachts erfaschen... Die immer Glück kriegen ist auch längst... Kann man glaub ich auch längst verkaufen... Oder nicht... Ja... Das Idol von Sylvanus, was immer noch bei uns im Inventar rumhängt... Das ist grad auch langsamer weg... Für 350... Ich glaub selbst wenn du die Sachen die ich die Ratschik... Die ich da zum Inventarbecker verkaufe... Verkaufst... Ganzes Schrott noch mit dazu... Dann hau ich mal das Essen wieder ins Lager... Ne... Dann muss ich doch nicht auf... So verzweifte Ideen kommen... Ich glaub das reicht schon fast für das Ding... Erst noch ein Stülten durch und so weiter... Kann auch trinken ein bisschen viel Müll bei sich rum... Ja... Ja... Offensichtlich... Du hast hier doch gar nicht so lange gespielt... Du hast hier den ganzen Schwachsinn her... Jetzt noch ein Goblinschwert... Und mein Ring... An Lager senden... Und letztlich bin ich nicht mehr auf maximalster Tragekapazität... Kradachs alte Rüstung... Versuch mal das zu verkaufen was du grad hast... Das dürfte vielleicht schon reichen... Ja... Ich werd's trotzdem nicht mit Astarion machen... Sondern mit meinem Charakter machen... Weil dann hab ich alles beisammen... Immer Glücklinge... Let's go... Achse des Vatilgers... Jacke des Wohlwollens... Das müsste vielleicht reichen... Der Rüstung... Plus 2... Hä... Freises Leben kann weg... Ich weiß nicht mal was das hier ist... Die Beobachteraugen... Können theoretisch jetzt auch langsamer wegliegen... Nicht mehr up to date... Abkontroper braucht man noch... Für Notfall... Soll ich mal mit der Geera schon mal reden oder? Ja... Kannst du... Steigliff's Braupausen... Das tut ja noch nix oder? Nee... Du musst erst mal oben mit der Priester... Dingens da Frau... Das machen wir soweit wir das mit Damon erledigt haben... Spinn... Oh... Mein... Gott... Heckenwanderer... Hälften... Hälften... Holy Shit... Das sieht ziemlich cool aus... Ruhige Heilkunde am Wein schnuppern... Ja... Kahnikon... Einde 6... Kahnikon... 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 Sollte... Dankbar sein... Dass ihr nicht... Wenn ihr das Atem... Verwendet habt... Kahnikon... 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 But a river can flood and break its banks. If the parasite changes you, tries to break you, could you resist? Good. I will take your word for it. And hold you to it, too. I have every reason to be cautious. I have traced people like you. People with parasites in their brains. All the way here from Baldur's Gate. The cult of the Absolute is spreading through the city. Quietly, quickly. And with unsettling deliberation. We tracked them to this ancient village only to be faced by the man we killed and buried over a century ago. I bought the first part. Why can't I? Believe me, he was well and truly dead. I loved his corpse in the Thorn Mausoleum myself. He was a Sharan one. Took to building an army of dark justiciers beneath this very village. Alongside the local Druids, we made it our business to see him deposed, dead and buried. But he returned. Not only does General Ketak. We met him. He healed. You are the two. I am so committed that I will have this thing now. Huh, that is cheaper than Astralia. Not immediately. Protected by your artifact. You can infiltrate his forces as Moonrise Talos also as a true soul. Find out what it is that makes him invincible, so we can strip him of his advantage. That is good. Together we assault his tower and put a final end to this wall. The Druid and the Haurpner against Kethrig. How exactly. We will be free from him. Ha. I appreciate your enthusiasm. A Druid. The Druid class brings your advantages. Infiltrate the towers. And the Jedi. That is true. Was? Bei einer Druide bringt es einen Vorteil, wenn du eine Druide bist. Wie unerwartet. Ja, Schwingenschlaf brauchen wir auch nicht mehr. Gedanken lesen, hier weg, weg, exzeln, nicht zu halten, oder die Schwestern, nicht zu halten, das ist wichtig. Richtig. Donna kann weg, hier oben, oben, oben. Die Widerbelebungsschrifträume brauchen wir auch prinzipiell auch nicht mehr, wir haben eh die Möglichkeit, sie zu benutzen. Ja, aus dem hab ich, glaub ich, noch ein paar. Ja, genau. So wollen wir dann, wenn du fertig bist, wenn du mit dem anderen fertig bist und die Rüstung hast, dann mal losgehen und gezielt infernale Schatz-Eisen besorgen und dann... Ja, Moment, ich hab grad sehr dumme Scheiße gemacht, weil ich dumm bin, ich muss einfach nur von Astarion hier das Gold in die Kiste packen. Damit ich dann mit meinem Charakter das Gold von Astarion looten kann. Und was jetzt, hast du das schon, hast du das da damals auch gemacht, dass du das gespielt hast, es gibt in 83, wenn man im Zirkus ist, die Möglichkeit für 5000 Gold von dem einen Typen, der dort steht, eine Statue bebauen zu lassen und ins Kern stellen zu lassen. Und das ist einfach, ich hab's, ich hab's einfach mal gemacht und das ist einfach super wert. Das gibt dir einen Vorteil, oder? Ne, du hast dann einfach, es gibt keinen Vorteil, aber du hast eine Statue deines Charakters in deinem Lager drin stehen. Das ist einfach genial. Das ist deine Statue, die genauso aussieht wie der Charakter, die du erstellt hast. Das ist einfach, das ist einfach, wow. Das ist, mitsamt Rüstung mit Adam einfach so, der Statue. Ich hab, ich hab mir tatsächlich eine von Astarion machen lassen. Das ist aber halb so cool, wie das, wenn du halt wirklich deinen selbst erstellten, customisenden Charakter dort. Das zeigt halt auch nochmal, wie die Entwickler das Spiel, das ist halt einfach dort, wie die das Spiel leben. Ja, so, ich muss jetzt hier kaufen, also tatsächlich verkaufen. Wir könnten ansonsten noch hier drüben bei, in dem Nebenzimmer und dort die Sache haben mit der Heil-Sinn-Quest dort. Vielleicht könnten wir nochmal mit dem, den Typ auf dem Bett gehen. Und hier dort reden. Soll ich das vielleicht schon mal machen? Ja, das kannst du schon mal anfangen, ja. Ansonsten würde ich dann mal vorstellen, dass wir mal wieder nach draußen gehen und... Hast du einen Plan, wo wir ein fanatisches Eisen finden? Ja. Dann können wir direkt gezielt dorthin gehen und das besorgen und dann... Ja, wir machen erstmal die Steinmetz-Gilde, würde ich sagen. Das ist ja relativ easy. Okay, wie du meinst. Ich rede dann mal, ja. Ja, du nehmt keinen Zwang an. Ja, du nehmt keinen Zwang an. Ja, zwei Liebeswerden können weg. Du schaust zu, dass du Rüstung kriegst. Ja. Die Kappe des Zorns kann jetzt nicht weg. So. Die Kappe des Zorns kann jetzt nicht weg. Die Kappe des Zorns kann jetzt nicht weg, so. Butterhöhlenlichthelm kann weg. Die ganzen Schwachsinnsrüstungen können weg. 2.200, also ich hab die Rüstung. Sehr schön. Es war nur sehr viel mehr Aufwand, als es eigentlich mehr gewesen wäre. Nötig. Sehr mächtiges Stoff hätte ich gerne. Danke. Isabel hat dieses Platz geschlossen, und er kam gerade. Wir denken, dass er in der Halle bleibt, als der Kurs fällt. Das bedeutet, dass er innerhalb des Zornes enthalten wurde. Bogus' belief ist, dass er lebenswert ist. nur gegen den Toten. Clarock ist Saluna. Sie hat eine Rüstung nach oben, wenn du sie möchtest. Nur nicht interrumpfen, während sie das, was es ist, das dieses Platz frei bleibt. Wasser. Und wir tauschen. Wir haben es. Ich bin nicht sicher, dass er vollständig bewusst ist. Aber fühle dich frei zu sagen, hallo. Vielleicht ein neuer Gesicht wird ihn inspirieren. Ich hab gerade noch einen Berater vorhin geredet. Ich bin nicht sicher, wenn er um die Rüstung kommt. Ich bin nicht sicher, dass er um die Rüstung kommt. Die Kursche sind die Rüstung mit den Rüstungen, die die Stadt hat mit absolutisten attaquungen. Der Stil-Watt ist stark. Ich werde es, dass Herr Gortash jemanden gefordert, die sich in die Kampf gegen die Moonrise schützen. Die Kursche werden nicht sie verbrechen. Hörer. Das ist mein alter Boss. Der Mann, der mir zu Zahriel verholt. Du kennst den Namen Gortash? Oh, hier ist gerade zum ersten Mal der Name Gortash gefallen. Auch interessant. Fürst Gortash. Ich dachte, er wäre nur ein Rat. Lord Gortash ist der Mann, der responsible für die Kreation der Stil-Watt. Es ist kein Wunder, dass er den Titel gewinnt hat. Der Stil-Watt, Lord Gortash? Ja, Lord Gortash. Die Stil-Watt, Lord Gortash. Wir werden etwas früh genug machen. Jetzt möchte ich mal mit ihm reden. Ich bin ein Hammer. Schmuck. Ich bin Fistula. Ich bin Fistula. Daniel und mir, Clim... 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 Wir müssen dich, Herr. Ein von uns haben wir geholfen. Ein Grand Duke. Vielleicht wissen Sie etwas, was wir wiederholfen können. Wir haben ihn in den Schäden, nur... überwundet. Nichts mehr überwunden. Ich weiß, wie er das gemacht hat, oder wo er kommt. Das ist kein Fisch. Es ist eine Malaise spirituelle. Der Mann hat sich geholfen von Schäden. Aber es hat sich nicht geschlossen. Jetzt habe ich schon mal Sachen, die ich vorher noch nicht hatte. Ich habe keine Ahnung, ich habe Angst. Wer es ist, muss jemand sein. Ich habe gesagt, das gleiche was ich überwunden habe. Seitdem wir ihn gefunden haben können. Nein, nicht bis ich mich auch noch. Es scheint alles, was er erinnert hat. Danke. Okay, wir haben eine Request. Wicke Art Kunach. Und Kardach möchte reden. So, Gortach ist jetzt ein Herr. Ich würde gerne Augen auf diesem Stil-Watt von seinem. Ihr wisst schon die Geschichte. Ich würde... Das ist der Typ der Mann, der einen Titel bekommt. Autorität. Das macht mich so nicht. Aber sie sind immer... Das ist der Typ der Mann, der einen Titel hat. Na dann. Okay, die Questa habe ich mir auch geholt. Was machen wir jetzt? Äh, wir machen erstmal... Ja, ich würde sagen die Steinmetzgilde. Und looten auf dem Weg so viel wie wir können. Und dann nochmal das verkaufen. Wahrscheinlich mal gucken, ob er hier Färbemittel hat. Ja, wenn wir immer noch die Steinmetzgilde haben. Ich warte am Tor. Ja. Ich würde mal vorstellen, bevor wir jetzt nochmal zum... Vorwärts zur Steinmetzgilde gehen. Machen wir eine kurze Pause. Ja. Ist doch ein guter Moment jetzt hier. Ich habe in der Zeit meine Ausrüstung. Kannst du hier noch... Ausrüstung färben. Hast du gerade auch jetzt schon die Rüstung gegeben? Das die jetzt anziehen kann? Ja, die hat sie schon. Dann kann ich das mal wechseln. Sehr schön. Sieht wahrscheinlich scheiße aus, aber die ist echt gut. Ich habe ein rotes Färbemittel. Ich auch. Es sei denn, du hast eine andere Farbe. Die wir noch machen können. Ach du Scheißdreck. Das sah vorher besser aus. Hast du vielleicht irgendwie schwarzes? Das war vorher besser. Hast du vielleicht irgendwie schwarz und rot oder andere Farben? Ja. Jetzt hat die eine komplett beige Rüstung mit roten Feinheiten drauf. Ah, bei dir auch? Das sieht komplett scheiße aus. Das ist bei mir genauso. Ich hole mir jetzt einen fucking Entfärber für die Rüstung. Hast du auch noch einen für mich? Oder hast du eine andere Farbe oder so? Ich hole zwei. Hast du eine andere Farbe? Also wenn du schwarz und rot als Mischung hast, dann wär das eine Möglichkeit. Nee, leider nicht. Ich hätte Azubrau und schwarz und schlammiges Rot. Äh, schwarz kannst du mir rübergeben. Probier ich das mal. Das brauche ich gerade selbst mal. Ich habe drei davon. Ja, das sieht viel besser aus. Ja, das sieht viel besser aus so. Äh, blau steht... Blau steht... Blau steht für erst... Steht ihr ja nicht so, aber... Da kann ich dir eins von geben. Und äh... Hast du noch schwarz und rot? In der Flasche? Nein, das ist die... Das ist die Standardfarbe von meiner Ausrüstung gewesen. Ah, schade. Stammiges Rot? Weiß ich nicht, wie das aussieht. Könnt's mal versuchen. Am Blau steht keiner halt überhaupt nicht. Äh... Ja, besser als nichts. Ja, ich bin jetzt relativ zufrieden. Gut, kurze Pause. Und danach geht's... Richtung Steinmetz... Um zu sehen... Ja. Bis gleich. Na, bis klar. Wie dumm sind wir eigentlich? Ich meine, man hätte da hochklettern können, sich da drauf stellen und dann da hoch, aber... Nee. Nee, das wäre zu leicht. Ist zu einfach. Das macht man ja nicht. Blast. Von der Heiz. Und so etwas wie das. Wann du f***ing seriös? Ja. Ja. Und jetzt gehen wir den ganzen Weg zurück und klauen den Raumschlüssel. Ja. Ja. Nein, das machen die ernsthaft, oder? Nein, das machen die ernsthaft, oder? Die gehen wieder zurück. Oh mein Gott, sind die... Ja, das ist ja so ein bisschen... Ja. 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 Und die beiden brechen aus. Wollen wir nicht... Wollen wir nicht... Wollen wir nicht doch drin bleiben? Ja. Ich glaube, es wäre sinnvoller. Ja. Also... Da lernen die vielleicht doch was. Wie... Wie... Ja. 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 Wie aus Entner bricht aus, um Entner bricht aus zu zitieren, du kannst es natürlich versuchen, aber wenn es nicht klappt, dann... Sonst vielleicht mal drüber nachdenken, ob es vielleicht die richtige Seite hier offen ist. Ja... Ganz ehrlich... Ich glaube... Ich glaube, der Plan 100 Liegestützer am Tag machen und dann einfach die Wand einreißen mit der Pause ist sinnvoller als das. Sie kann Lauf und springen über die Mauer. An einer niedrigen Stelle. Wenn der Wind ins dich steht... Hallo? Warum sagst du denn nichts? Sagen wir mal so... Ich will dir davon nicht abraten. Wenn es nicht klappt, solltest du es vielleicht als egal werden. Vielleicht gehörst du dann gar nicht auf die andere Seite der Mauer. Tja... Das fühlt sich schon irgendwie gut an, einfach auf die zuzugehen und sie einfach mit einem Schuss loszuwerden. Wie wirft man eigentlich Dynamit? Du zündest es an und dann drückst du linke Maustaste. Wie zündet man das an? Mit L. Du sollst es nicht zu lange in der Hand halten. Nee, irgendwie klappt das nicht. Aha. Okay. Und linke Maustaste. Und linke Maustaste. Ich glaube ich trockne mir auch ein paar Arme und Beine. Ich meine warum nicht. Oh nein. Ich habe gerade eine Dynamitstange gerade nach oben in die Luft geworfen. Deswegen habe ich auch nein gesagt. Ja, das sollte man vielleicht nicht machen. Das habe ich auch schon getan. Okay, hier müssen Beine ran. Ich muss mal das Baum fällen mal ein bisschen leichter. Ja, ich meine wir haben eh unbegrenzt Dynamit von daher. Warum solltest du es nicht tun? Ja. Ja, natürlich. Ja. Diese Grundsatzung. Ein bisschen mehr Frank gefühlt, die Stimme. Gute Nacht, Eilers. Lovegood. Jetzt bin ich noch kurz drin. Oh, das ist der Glitch. Jetzt habe ich es unbewusst gemacht. Vielleicht kann ich euch mal zeigen. Damit kann man... etwas, was vom Spiel gar nicht viel vorgesehen ist. Ich komme hier mal landen. Schaut mal, wo wir sind. Der Glühf von der Gemeinschaftsraum. Der Glühf von der Stabsiedlung genauer zu sein. Ein paar für ein paar von dem Glühf von der Gemeinschaftsraum. Haben wir uns reingebracht. Ich hoffe, wir kommen hier noch raus. Wir haben jetzt sogar Flopülber gefunden. Können wir jederzeit hier hin oder was? Ich weiß, es ist kopfloser Nick. Ich weiß, es ist kopfloser Nick. Das ist fantastisch. Schau, dass wir hier was mit den Glühf von der Gemeinschaftsraum führen. Beаств assemble. Ich halt escolhoer Nick. Wir sind da, police. Ja. Das schaue lascioda Nick. Wir zeigen es ganz besser zum Kind unbedingt darauf zu sabotieren. was damals wirklich passiert ist und etwas, was mein Vater entlastet und Dr. Marcelles falsches Spiel aufnimmt. Auch gut. Dann muss ich nur noch wissen, wo genau das Haus ist und wie man dieses Ding hier fährt. Na, toll. Hat niemand gefragt, ob du überhaupt Auto fahren kannst. Wo bin ich? Was ist passiert? Es gab scheinbar eine Art Unfall. Harvey? Harvey, geht es dir gut? Ich bin okay. Dir passiert nicht so schnell was und eine dünne Säule aus Frottee ist. Aber wir haben ganz viele Sachen verloren. Nein. Ich habe schon flächer Puss. Das kriege ich auch nicht. Nein, da bist du nicht mit Haber und Ketchup und so weiter. Nein. Ich habe diesen Jungen gemacht. Ich habe gar nichts gemacht. Er wollte mich nur beschütten. Er wollte... Mir reicht es jetzt wirklich mit deinen Ausreden. Nein, nein. Du bist ein 30 Jahre alt. Mit mir. Meldest du. Ich weiß nicht. Welts du. Der scheiß Vater. Geh in der Zimmer. Wirst du dein Kind wehtun. Wo warst du denn dieser Vater? Wie ist die Strohung jetzt? Das ist... Magenfühle sind alles, alles, alles blau. Das war jetzt kein Wieschen. Und auch Helgen. Du bist das nicht. Mami! Ich habe Angst vor den Monstern. Mami. Sie wollen mich holen. Schätzchen, du weißt doch, Monster gibt es nicht. Ich lasse das Licht an und die Tür auf, ja? Komm, schlag jetzt, Süßer. Stimmt, du weißt, Gott. Halt's Maul. Lass mir bitte eine Minute filmen. Ja, gib dir, vergib dir. Ich muss ja Zeit mit dir und auch jetzt auch. Halt's Maulharsch. Halt's Maulharsch-Gesicht. Willst du es kommen? Geh, lass uns gehen. Oh ja. Ich darf. Mist, sag ich. Oh Gott, sie ist böse. Ja, heu doch nicht rum. Halt's kaum angefasst. Ja, vermiss dich. Entschuldigung. Oh, hier ist es. Ich muss mich gerade auf dem Monster. Ja, das war die Bessie. Bessie ist mir das da. Ich hätte eine Idee. Idioten, es sieht so aus, als ob ihr nicht ganz die Attraktion seid, wenn ihr euch haltet. Ihr seid nur drei absolute Dummköpfe in einem großen Knoblauch. Na, sehr toll. Aber sie hat Settmaschine verfranst. Du musst sie überwältigen. Die haben mich gerade entdeckt. Die kommen jetzt gerade zu mir raus hier. Äh, ich bin aber auch draußen. Ich bin auch draußen. Verdammt. Äh, ich bin bei dir draußen, Modi. Oh mein Gott, du bist... Was? Das ist auch eine Idee. Was? Wie zum Fick hast du das? Ich habe ja mit den Flint abgenommen. Das ist der alter Mann. Das sind weggerammt, das ist eigentlich die Kanone geklaut. Ja. Ich hoffe, ich bin aus hier, keine Zeit. Verdammte Kriminelle. Und jetzt holen wir uns die Herde. Ja. Haben die noch ein paar Kaubarhüte? Das war ein alter Mann, natürlich habe ich dem die Flinze geklaut. Was sind weggetackt? Und dann nichts von hinten. Das ist... Ich habe eine Flinze. Das sieht zu uns aus. Okay, neue Klamotten. Oh, eine Nähmaschine. Ah, ein Plattenspieler. Ich habe mein Ziel erreicht. Aha. Die haben Kaubarhüte. Oh. Oh nein. Wie kriegst du das Bild? Wundervoll. Wo sind Kaubarhüte? Auf dem Bild. Oh, Klamotten, aber wir können uns umziehen. Da ist ein Schrank zum Umziehen. Ich setze. Ich ziehe mich um. Ja, ich komme gleich. Kann ich auch noch was mit dem Bild machen? Ich will es auch noch verunstalten. Ah, hübsch. Oh. Nein. Ja. Ich habe nur eine Klamotten angezogen. Oh mein fucking Gott. Ich habe recht. Warte, zieh du mal deine Heftlingskleidung aus. Ja, ja. Das Wort. What have you done? Pff. Flame is good. Deff. Trash-Mail-Game. Du musst ihn jetzt. Legend of Secrets. Das ist halt leider viel zu realistisch. Trash-Mail-Game. Oh nein. Das ist ein 2-2-2-Play-Game. Gesamtlich ist nur ein bisschen zu verabschieden. Nice. How can I explain it? It's like riding a bike, but we don't assume it. Let's try to lift this dimension fast. You never know, it could be contentious. Und starten wir das Spiel. Äh, das ist kein Spiel. Und verabschieden. Und der Headface könnte man mit... ...zumachen, wenn du verabschieden kannst. Äh, natürlich. Und wenn die Zugriff auf deine Fotos Dokumente zwangeln konnten, ...zumachen, wenn uns dener Sie kurz aber auch mitverlösen haben. Okay, können wir jetzt prüfen? Oh, komm mal! Ich hab' dir gesagt, User. Es ist nichts wehrer, als zu prüfen, zu prüfen. Bitte stimme den Geschäftsbedingungen zur Artikel als Nutzung der Dienste. Der User bestätigt alle Regeln für die Nutzung der Spieldienste, um Geschäftsbedingungen zu zustimmen, insbesondere Stimmenherzungen, soviel sein Geld wie möglich für kostenpflichtige Spurenwerderung zu geben, sein Ehre zu verspätern, Abenteuer, bla 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 bla... Ich habe den Vertrag in Kirche-Beschmung gelesen und mein Kulto gezeichnet zuhören. Er wohl jetzt. Vielleicht Sieg? Ich hab gewonnen. Was kann ich sagen? Schüttchen... Ich hab gewonnen. Das habe ich wirklich nicht gemerkt. Tja... Wie lange wollen wir das hier noch spielen? Ja. Aha. Also 22.30 Uhr kommt heute, schau, die würde ich gerne gucken. Bis dahin... Nee. Bis dahin haben wir Zeit. Das sind noch ein paar Stunden. Heute lange Nacht? Das sind noch ein paar Stunden. Noch ein hübsches Muster draus. Ich komme aus dem Progresso. Kadach hat hier gerade versucht, aufzutreten. Wurde kurz ausgebucht und... Ja, ähm, wir machen jetzt ihren Chaos weiter. Ja. Okay, das hat nicht gut geklappt. Ich würde drinnen noch mal kurz mit dem Teufel reden, oder? Können wir bitte die Leute hier alle umbringen? Er hat mich gerade jemand gefragt, kennt ihr dieses Stück von Volo, das ich gerade gespielt habe? Das können wir hier bitte alle. Er ist tatsächlich ein extrem guter und bekannter Bard. Und außerdem auch in der Lore sehr wichtig, wie man daran erkennen kann, dass er tatsächlich einen Guide im D&D-Ding hat. Ich guck mal kurz, wie er heißt. Ich habe ihn, glaube ich, nicht gekauft. Moment. Mit welchem Teufel willst du wo reden? Im Gasthaus mit Raphael. Ich muss das kurz machen. Okay, ich guck mal kurz, wie er will, was von ihm. Ja, ja, ich bin gerade auf einer Excellente. Da aus dem... Hast du mit der Bardin hier schon geredet? Ähm, mit... Ja, von der habe ich die Quest bekommen, das war ja... Keine Quest, aber... Ähm, von Alphira habe ich die Quest bekommen, die hat uns... Ja, der wird, glaube ich, versprochen, dass wir... ... zu den Mundweisterungen gehen und uns dort... ... die Tieflinge retten. Aber wir sollten hier nicht zu sehr rumgucken, weil wir nur hochgehen und... ... wir sollten hier nicht den Kampf wiederholen. Ich weiß... Aha, eine lose Planke. Ist ja ein Schneesturmring. Wenn der Träger Kältschaden bewirkt, verursacht er zusätzlich... ... einen Kreis aus Eis... ... mit einem Durchmesser von 4,5... ... im Zielbereich. Brauchst du das? Was? Dann gibt es einen Eisring. Schneesturmring. Wenn der Träger Kältschaden bewirkt, verursacht er zusätzlich... ... einen Kreis aus Eis... ... mit einem Durchmesser von 4,5... ... im Zielbereich. Warum nicht? Warum nicht? Ja. Habe ich hier gerade unter den losen Ideen gefunden. Ist das nicht? Ja, wäre ja kostenlos. Astarion? Astarion? Oder du? Wer braucht das? Natürlich Astarion. Natürlich der Magier. Guck mal an, ob du da... ... Schneesturmring... ... gehen kannst. Kälteschaden. Uh. Das ist... Ich guck mal. Ich muss mal ganz kurz das hier untersuchen. Was macht die mentale Erschöpfung? Was habe ich eigentlich bei mir? Ring der Linderung? Na, das ist jetzt auch nicht so gut, dass der Schneesturmring tatsächlich... ... utility mäßig besser. Dann... ... hauen wir mal Gas rein. Gut. Dann rede ich mal mit dem Teufel. Ja. Ich war vor dir dran. Es ist gut, dich wieder zu sehen. Jetzt wird dich mit dir. Ich würde fragen, ob du einen Prozess mit deinem kleinen Problem gemacht hast... ... aber das Telltale-Twitching von deinem Augen ist genug Antwort. Du hast mich gewohnt. Ich habe nur versucht, ein Freund zu dir zu sein. Wir wollten uns mit dem anfreunden, oder? Ja. Depending auf was sie fragen. Sie sind nicht die einzigen Menschen, die für die Temptation sind. Ihr wisst. Mein letztes Kontrakt hier hat mich seit Jahrzehnten. Ähm... Ihr seid doch nicht verantwortlich für den Prozess, oder? Ne. Ich weiß nicht, ob wir blöd sind. Ihr wart schon mal hier, warum schrutscht es auch... ... schrutscht noch aus. Ja. Ja. Jemand hat seine ganze Armee in kaltem Blut verloriert. Jetzt, wer würde von so einem Massaker beurteilen? Wenn du mehr willst, könnte ich den Erkrankung dieser preisierten Erfahrungen... ... in die Zerbungen für die Zukunftsverlöse. Aber das Gefühl, dass die Klauze nicht gut ist. Ich habe schon bald erreicht. Du wirst mich wieder zurück in die Welt. Jetzt bin ich sicher, dass du mich schon zu früh hast... Lass mich kurz für ein Gespräch mit einem anderen Klienten treffen. Ich werde dich bald sehen. Du hast das Schachbrett eingesteckt. Wenn du eine Defensive hast, mach ihn nicht mehr. Dieses Objekt wurde mir gestohlen. Wenn ich Arbeit gemacht hätte, müsste ich es mir nicht wiederholen. Es nur eine 15, die ich schaffen muss. Auf geht's. Gut, wir bringen sie alle um. Ja, gut. Sie sind offensichtlich doch Teil von den absoluten Dier. Was machen wir jetzt? Du gehst in den Knast? Du gehst in den Knast? Du gehst in den Knast? Ich hol das Metall. Woher ich mich wieder raus aus dem Knast? Im Keller gibt es noch ein tolles Loot. Im Keller gibt es noch ein tolles Loot. Im Keller, wo ich verhaftet werde, jetzt. Ich weiß nicht, ob es da weg rauskommt. Ich brauche wahrscheinlich den Hilfe, da rauszukommen. Normalerweise ist das der Punkt, wo der Guard dich alleine lässt. Aber nicht heute. Ich habe so viel Geld glaube ich nicht mehr. Gut, ich mache dann mal einen kleinen Knastbesuch. Du bist einfach aus der Existenz geploppt. Ja. Deine Aura ist noch hier. So, ähm. Hier gibt es eine ziemlich brüchige Wand. Ich bezweifle aber, dass ich die aufbekomme. Ja. Ich komme runter und ich haue einen Flurry of Flows rein. Mach dir die Wand auf, keine Sorge. Wenn ich rausfinde, wo ich rein muss. Zerstören mal die Holzkisten. Hier gibt es irgendeine... Unten am... Am Wasser hinter der Taverne gibt es einen Steg. Und dann kannst du an der Wache vorbei nach unten. Achso, ja. Ich bin sowieso schon dabei. Ich weiß, wo das Gefängnis ist. Geburstene Wand. Aber einfach Suche ein. Oh, ich kann die Wand auch mit... Die ist so gebursen, dass ich mit meiner Faust kaputt kriege. Kein Problem. Ich bin schon unterwegs. Warte, die Wand ist schon Geschichte. Ich habe es einfach mit der Faust eingeprügelt. Kein Ding. Ah, ich bin schon unterwegs. Ich bin schon unterwegs. Ich bin schon unterwegs. Ich bin schon unterwegs. So, was hattest du denn an Beweisen? Hey. Schachbrett und ein Heiltrank. Nicht mehr in den Betattlohn. Und wo ist meine Truhe? Schlossknappen. Die Truhe ist hier vorne. Ich gehe gerade durch den Hintereingang durch. Also... Was da rausgeht. Wir müssten am Schloss knacken. Oh. Ähm. Relativ interessant hier. Wie sollst du auch mal durchbauen? Jaja, ich bin schon auf dem Weg. Lass mich mein Inventar zurückholen. Beweistumor. Hast du die Beweise gekreilt? Ja, natürlich. Hoffentlich erst alles bei mir drinnen gelassen, was ich hatte. Und da ist mein Inventar noch gepasst. Ich habe nicht deine Ausrüstung geklaut. Ich habe die Beweise geklaut. Und die Rüstung hatte ich noch an. Meine Waffen nur. Ja. Oh, ist tatsächlich interessant hier. Ja. Ja, ich habe einen Ring, den wir verkaufen können. Also wirklich nur verkaufen, weil er ist scheinbar relativ useless. Uh. Wir sind Gegner. Wir gucken damit, die das zu weit entfernt. Ich will mein Cardach zurück. Ja, und ich sneak jetzt hier erstmal richtig schön rum. Und mache ein paar schöne Sneak Attack rein. Viel Spaß. Ja, danke. Ich werde hier sowas von sterben. Au. Oh Gott. Apropos, danke für die 2D-Folos während der Pause. Ähm. Ich habe 2 Foto. Könnt ihr Hilfe brauchen? Ich bin alleine unterwegs. Ich muss mir erstmal Cardach holen. Nein, musst du eigentlich. Ich komme gleich zur Hilfe. Ich werde Cardach. Du musst erstmal kurz alleine und zurückkommen. Ich komme gleich. So, bin auf dem Weg. Ja, ich haue einfach mal ein paar Flurry of Blows rein. Ich bin unterwegs. Hm. Es wundert auch keinen, dass man dann wieder rumläuft. Also, das ist scheinbar... Das Haftet werden ist okay. Aber das dann, wenn man dann wieder... Es gibt kein System dafür, wenn du dann einfach rumläufst und dann... Das den Wachen nicht aufhält. Oh, hoppla. Du bist ja... Wo später in der... Später in der dritten Nacht... Wenn man dann in... Bei Grottasch da ausbricht, dann merken sich das die Wachen schon. Dann sagen die dir dann... Die lifen dich dann schon an. Aber hier also beim... Im Goblin Naga... Im... Jetzt hier... Ja, alles gut. Ich habe hier ganz sicher keine Probleme mit viel zu vielen, viel zu starken Gegnern. Warte, ich komme mal. Mit dem habe ich bestimmt auch kein Problem. Und jetzt zu dir, komm mal. Ich habe hier 20 Minen-Loks gerade. Warum? Weil ich da rein gerannt bin. Dann warte, ich renne die hinterher. Ich bin jetzt in der Kampfreihenfolge. Versuche nicht zu sterben. Kriegen wir damit ein paar? Nein, kriegen wir nicht, weil hier sind alle scheiße. Okay, das sind dann... Ich hau mal die schwarze Tentakel rein. Ich hau mal die schwarze Tentakel rein. Und blockiere den Weg. Und... Mach das Astarion so weit wie möglich von dem Weg geht. Ah, hier ist das. Ja, das ist so. Das sollten wir auf jeden Fall mal suchen. Hier ist vielleicht ein paar tolle Sachen. Nein, die können sich teleportieren. Warum können die sich porten? Fuck. Ich komme mal mit dazu. Kann ich jemanden erreichen? Nein, kann ich nicht. Es ist noch zu weit entfernt. Ich kann... ...eine Pfeil schießen. Das auch. Er ist Geschichte. Ja, dann Karnach. Karnach. So, Karnach kann Sonnenstrahlen. Das klingt wie eine Pokémon-Attacke. Äh, damit fette ich alles weg, was vor mir ist. Das ist ein bisschen scheiße. Mhm. Das mache ich erstmal nicht. Ich mache erstmal das. Oh, dunkles Tag. Du hast dir selbst gerade Schaden gemacht. Ja, passiert. Jetzt. Er ist wieder vollkommen braun. Verdamm. So. Los, natürlich. Und... Die Pfeil. Ja. Die Pfeil. Was macht das da und denn hier hinten? Hä? Der konzentriert sich auf die schwarzen Tentakel. Die gerade alle hier... ...aufhalten. Bisschen unpraktisch, wie ich hier stehe. Naja, das wäre super. Ich muss jetzt für den Kampf machen. P-Schnack. Fantastisch. Ich glaube, das ist wert für den Kosten. Äh... Okay. Gut. Wieder. Ich kann dich ein bisschen heilen, wenn du brauchst Heilung. Ich bin jetzt in deinem Näher. Äh, nein, nein. Das war's. So was zum Beispiel. Ich weiß nicht, ob das was gebracht hat. Was? Nicht wirklich. Du kannst mal ein paar zu mir runter schicken. Die kommen, ja, da haben wir über. Keine Sorge. Die stehen bei dir. Du bist nicht unbedingt da. Äh, doch. Es ist ein Mönch. Naja. Gefüllt als Critical. Dann kann ich hier noch das Sneaketack reinballern. Reinballern. Den Schaden. Na, mach mal. Gute gehen. Oh genau. Okay, okay, das ist ein Mönch. So. fully. Ich glaube, da sind jetzt viele hier. Äh, ja sind hier jetzt viele hier. Jo, ein oder zwei. Ja, wer ist denn hier noch der? Ich habe schon viel geschlagen. Fehlschlagen. Na, komm. Ja, komm. Was machst du denn, Alter? Ich muss überlegen, was ich tue. Sneak Attack ist gerade leider nicht drin. Mit der Faust drauf. Äh, ja. Ich bin Mönch. Ich habe eine Waffe. Die ich für die Sneak Attack verwendet habe, die ich für die Sneak Attack verwendet habe, die ich für die Faust drauf habe. Wirklich? Ich wusste der Waffe jetzt sterben. Ist da und ist tot. Ja, das ist notwendig. Scheinbar ja. So, hier noch jemand am Eben. Ich hätte, ich hätte einfach nicht genug nachgekommen können. Ich hätte einfach keinen Tag überhalten. Ich verschle mich mal hier oben ein. So einer weniger. Ich verschle mich mal hier oben ein. Ach, Taf. 4 Stark, fantastisch. Ich gebe noch 2 und 1 HP, das kriegst du hin. Ja, ich hau Flory of Blows hier einmal rein und dann nochmal an. Kürzschau, 4 Stark, geil. Na komm, einer noch. Was haben wir? Ja, okay, da. Äh, lootest du die Gegner? Ich kann er Starion looten. Können wir erst mal helfen? Haben die irgendwas? Weiß ich. Nö, haben nix. Also du kannst mal durchgucken, vielleicht haben die irgendwo was. Ich glaube nicht. Oh, oh, hier ist was. Das sieht gar nicht schlecht aus. Geheime Kurze. Geheime kritischer Treffer, während du verschleiert bist. Nur nötigst du einen kritischen Treffer bei einem Angriffswurf auf 1 Auge weniger. In so einem Effekt kann sich agieren. Rettung, das könnte was für dich sein. Rechte Rüstung, geheime Kurzer. Das wäre was, wenn ich 100% auf Rogue gehen würde. Aber das ist auf jeden Fall gut zum Verkaufen. Der Dex-Bonus ist leider für einen Mönch doch sinnvoller. Leider. Schade. Vor allem muss ich mir das merken, weil... Das war intelligent. Bist im nächsten Kampf reingerannt, oder was? Nein. Aber ich habe Astarin in einem Todesloop gefangen. Das war fantastisch. Ich bin mit Haste. Ha, das ist gut. Erlebt wieder. Ich habe ein Weinfass geschlagen. Und es waren Kerzen in der Nähe. Und worauf ich jetzt dann? Äh, ich glaube, wenn wir Shadowheart dabei hätten, dann wäre das hier jetzt ein sehr wichtiger Moment. Ja. Ja. Trotz dein Buch. Held kurz eine Nachricht. Oh, besser als nichts. Hier gab es aber, glaube ich, auch gar nicht so schlechten Nut. Na, du hast diese eine, äh, Kurte. Wie gesagt. Ich habe meinen, äh, Yidou des Zulu mitgenommen. Ja. Gönn dir. Ich glaube, das war der Loot. Startblastung. Aber ich glaube, die bringt nichts. Bringt keinen Bonus? Oh. Ich hatte gehofft, dass wir sowas wie das Sylvanusidol, was wir bis eben noch hatten. Die geheime Kurte macht für mich und Carla keinen Sinn, oder? Verschleiert. Äh, verschleiert nicht. Ich meine, ich könnte, es könnte nützlich für mich werden, aber... Wie gesagt, ich gehe halt nicht auf 100% Rogue. Das heißt, der Dex-Bonus, den ich aktuell durch meine Kleidung habe, ist deutlich sinnvoller. Hm. Ich meine, ich bekomme immerhin plus... Na, wobei... Plus eins auf Geschicklichkeits-Rettungswürfe. Ah, nein. Ich bekomme plus zwei auf Geschicklichkeit. Ja, das ist sinnvoller. Ich bin jetzt nämlich bei 18, ansonsten wäre ich auf 16. Das wird meinen Schaden reduzieren. Hier gibt's plus eins Rettungswürfe. Schicklichkeit. Äh, ich geb sie mir einfach mal. Ich kann die Wert vergleichen. Passt so. Das ist ne Mütze. Hä, Mütze. Aha. Ja, gut. Dann... Let's go! Hast sie aufgesetzt. Ja, das ist besser als das Kuschiko-Ding. Was sad ist, weil dafür habe ich sehr viel Geld ausgegeben, aber hey. Na dann. Das ist sehr viel stärker, weil ich kann... Ich bin recht häufig unsichtbar eigentlich. Na dann. Da war ich schon drin, das wird nur ins Gefängnis zurück. Jetzt raus hier. Und endlich mal zu den... der Steinmetz-Sache. Ja. Ich kannte übrigens diesen ganzen Abschnitt überhaupt nicht. Ich hatte keine Ahnung, dass da irgendwas ist. Da musst du doch nur mal unten durch die... Da musst du noch mal ein bisschen erkunden und hinten rum gehen. Da kannst du durch... Ich weiß, das habe ich nicht gemacht. Ich bin davon ausgegangen, ja, ist ein generisches Gefängnis. Wow. Da bin ich ganz von alleine drauf. Das ist da... Da musst du nur mal ein bisschen... in die Gefängniszellen einbrechen. Und hier... und hier mal die Türen aufmachen. Und dann diese Wand, die fällt einem super leicht auf. Das ist da... dann mal durchzubrechen. Ja, aber dafür hast du den... die ganze Prüfung von Balduran übersetzt. Ja, genau das hier. Genau da, wo du gerade durchkriegst. Genau da kommt man... Das findet man super einfach. Da stehen einfach nur... eine Holztür... und da... da bin ich, glaube ich, durchgekommen. So habe ich es entdeckt. Da stehen einfach nur ein paar Kissen vor der Tür drin. Und jetzt... die einfache Doppeltür. Da einfach mal versuchen durchzugehen. Und da dann... durch diese Wand dann durch. Dann hat man es... Ja, ich hatte halt keinen Grund ins Krännis zu gehen. Schlecht zu übersehen. Oh gut, dann gehen wir mal. Das hat sich richtig gelohnt. Wie gesagt, ich bin recht häufig unsichtbar. Premium Trinkets und Dudas! Ja, verkauft das Kind hier auch wieder Zeug. Wenn ja... Das Kind verkauft Sachen. Ich glaube, die habe ich mir alle abgekauft. Der hat nur Fische und so verkauft. Ist doch gut. Mehr... Mehr Zeug für unser... tägliches 1000 Einheiten-Festmahl. Oh, ich habe hier eine Harfen da ran. Wird mal mit der reden. Ich spreche mal. Wie redest du gerade auch mit dem Kind? Er war schrecklich heute Morgen. Ja. Jonas, ich meine. Er war immer schrecklich. Er sagte, es war gut für Moral. Ich weiß nicht, dass er einfach Leute liebt. Ich weiß nicht, dass er einfach Leute liebt. Ich weiß nicht. Dann kommst du hier rein und dann kriegst du, wirklich... Herz nahe, Vorwürfe an den Kopf geschmissen. Mhm. Der Junge hat eine Rauchpulverbombe. Ich glaube... Ich hab ihn dagegen, glaub ich. Ich glaub, wir könnten etwas... ... die Zeit zu haben. Aber den lästigen Nebelumhang hast du ihm nicht gegeben, oder? Aber woher hat er sowas? Ich bin mir nicht sicher, aber... Tänzelnde Schuhe, die sind auch super. Das habe ich dem bestimmt nicht gegeben. Die Angel ist auch super. Wieso verkauft dir der sowas? Mehr hat er nur Fische verkauft. Ach so, ja, aber ich bin Schurke. Sorry. Interessant. Ich habe Fische gekriegt. Du warst ein guter Hartmann. Endloses Wasser, yes. Ihr habt das lustige Alten. Na toll. Es bringen die Händler auch unterschiedliche Sachen für unterschiedliche Klassen und Leute. Interessant. Mehr hat er Fische verkauft, der Dreck sank. Gut, das Umfang, den Kuschel, kann weg. Der Blitzenring von unten kann weg. Das kann weg. Ich warte am Eingang auf dich. Das kann weg. Ja. Der hat halt ein paar lustige Sachen, ja gut. Den Löffel der Salzigkeit nehme ich mal nicht mit. So, ich habe all unser Geld für Schwachsinn ausgegeben. Lustiger Nebel ist aber gut für ihn hier, weil dann kann er sich öftermals mitziehen im Kampf, was nützlich ist, weil er ist ein Magier. Außerdem sieht der cool aus. So, turmförmiger Schlüssel habe ich. Komm zu Tor, wenn du so weit bist. Oh, doch, ich habe jetzt Silvanus Segen. Interessant. Wenn du bei der Händlerin stehst, sie hat die Statue aktuell. Kann sein. Ja, die Händlerin hat gerade die Statue. Achso. Was sehr lustig ist. Interessant. Wirst du die nicht mitnehmen? Hä, die schläft doch sowieso wahrscheinlich in dem Kampf. Ich glaube, die Statue bleibt total. So oft du verkaufst, du versuchst sie zu verkaufen. Die bleibt bei uns. So wollen wir dann mal. Ich kann mal Justwaffern was nachgucken. Moment. Ey. Nein, lass dich nicht verhaften, mich klonen. Oh, Moment, ich habe doch hier Dinge, ich habe doch Unsichtbarkeit. Mach keinen Scheiß, wir wollen dich alle bekämpfen hier. Wir wollen einen Guerre im Team haben. Alles gut. Ich verdiene uns hier ein bisschen Geld. Ups. Ein Gold. Moment, ich gehe kurz. Ich komme gleich wieder. Die Tür ist offen. Ich weiß. Ich warte nicht auf dich. Alles gut, haben wir das Video... Wir haben tatsächlich das Ding hier... Fehlen einen anderen Teller als du. Kannst du rein? Du kommst schon raus. Ich glaube, ich bin in einer anderen Teller als du. Du schaffst das schon. Also ja, ich kann einfach drüber springen theoretisch, aber... Ich glaube, ich komme hier legit nicht raus. Ja, na dann. Ich bin das Leben dir. Ich hätte ein Liebeswerkzeug, ich könnte vielleicht kommen und die aufmachen. Ich kann auf die Beweistruhe zugreifen von hier aus. Ich bin in der anderen Zelle. Ich guck mal. Aber mach da nicht nochmal was. Nochmal kann ich dich nicht hatten. Ne, ich habe halt kurz mal was versucht. Warte, ich komme mal. Dauert nur ein bisschen. Alles gut, lass dir Zeit. Warte, ich habe Wein. Ja, ich habe keine Ahnung, wie du hier rauskommen sollst. Wenigstens sind wir nicht bei den Gefängnissen hier. In jedem Gefängnis dieser Käfige und Säure, das war schon... Arke Scheiße. Ach, da bist du. Ja, das ist wirklich... Ja, das ist eine suboptimale Zelle, sage ich mal. Das ist richtig. Vielleicht schon da aus der anderen Seite. Guck mal, ob ich da... Ne, das ist echt. Ja, das ist die eine Zelle, die halt nicht connected ist. Die eine Zelle, die halt scheiße ist. Ja. Ich hoffe, ich werde nicht zum Eidbrecher, wenn ich dich hier noch ausbefeier. Das wäre sehr lustig, Wanny. Ich glaube, bei Spielercharakteren ist das so weit. Irrelevant. Oh Gott, die können doch nicht mein ganzes Hexenzeug mitnehmen. Einfach den Beschlag nehmen. Die können die nur. Unterbergkönig. Kurzbogen. Nein, nein, jetzt lass uns aber... Jetzt lass uns aber losgehen. Weißt du, wofür der Turmschlüssel ist? Ja, für den Turm. Dann ist gut, dann können wir in den Turm einbrechen. Ich glaube, für irgendeine Tür bei den Moonrise-Turnen. Kannst du erst was für Balthasar's Dingens-Star-Tür ist? Ne, die kriegst du von der... Och, Dame. Ups. Holt mich eben wieder zurück. Was hast du gemacht? Ich wurde gesehen. Ich bin auf dem Heimweg. Zurück. Alter Schwede. Moment, ich guck mal, ob ich... Bist du hier am selben? Ob ich die aufbrechen kann. Ja. Nur ein Schlag mit 50 Stamjag. Ich komme hier nicht raus. Oh, Moment. Ich weiß nicht, irgendeine... Ich komme hier raus. Alles gut, ich komme hier raus. Die Schelle ist verdunkelt. Ich kann mich doch free teleportieren. Erinnerst du dich? Ein Schattenmönch in der dunklen Zelle gefangen zu halten, ist aber auch ein bisschen dämlich. Ja, es ist äußerst dämlich. Ich kann einen Schatten schritten, ich kann mich free teleportieren. Das kostet mich gar nichts. So, jetzt kommt mit. Ja, ich muss mich kurz... Ich muss mich kurz... Ja, das ist halt... Moment. Kannst du vielleicht draußen auftreten, dass ich nicht instant direkt gesehen werde? Also wenn ich einen Schattenmönch gefangen nehmen würde, dann würde ich mal ein bisschen... Licht aufstellen. Das ist einfach... Mindestens mal... Ja, das ist gut. Ich kann mal versuchen, hier aufzutreten. Vielleicht bringt das was. Bezweif' das einfach. Das sieht hier ist Licht aus. Hast du nicht Tarnung oder so, dass du da... Ja, ich kann mich in Schatten hüllen, das kostet mich aber was. Mach's jetzt. Ich lenk die gerade ab, also versuch. Mach's schnell. Ist tatsächlich auch free. Ich bin eher im Licht, werde ich direkt gesehen. Das ist nicht verarscht. Oh mein fucking Gott, wie nervig kann diese Scheiße sein? Ich lenk die an der anderen Seite gerade ab. Vorbei. Wir verdienen uns ein bisschen Geld. Ja, verdienen uns mal bitte passiv ein bisschen Geld. Dann kannst du auftreten. Da gibt's ein Achievement-Spiel, wo man 100 Golds durchverdient hat, kriegt man ein Achievement. Das dauert aber ein Weichen, weil... Da kannst du mit 10.000 Gold verdienen. Ich glaub, die geben dir aber immer nur 4 oder 5 Stück irgendwie, wenn du mit dem Blick hast. Das ist ein bisschen dauert ein Weichen, bis du das Achievement kriegst. Ich lenk die weiter ab. Jetzt komm raus da. Ja, ich komm raus. Der scheiß Zwerg sieht mich halt immer. Ich kann mich hier nicht verstecken, weil Gründe, weil es halt sind. Wo ist denn der Zwerg? So, jetzt hier kann ich mich unsichtbar machen. Passt. Das Ablenken klappt doch eher so semi. Passt, ich bin unsichtbar für 10 Züge. Ich muss noch 9 durchhalten. Ich stehe jetzt einfach mitten auf der Straße. Unsichtbar. Von der Züge gestellt habe ich nicht mehr, oder? Doch, hab ich noch. Ja, dann benutze sie doch. Aus Spaß. Wo bist denn wir jetzt? Ich stehe aktuell hier. Bist du draußen? Wollen wir los? So, jetzt können wir los. Jetzt kann ich auch. Mich bewegen, hier sinkt irgendwer. Da drüben ist eine Beerdigung. Ach, das ist der Bade vor oben. Das ist der Typ, für den wir die Dingens da aufwecken müssen. Der singt ein Lied über seinen Unfall irgendwie. Ja, das ist voll cool. Wenn du da oben stehst und einfach nur das hörst. So, auf geht's. Stech dich vorbei. Ich hab meine Ausrüstung vergessen. Wir gehen ohne deine Ausrüstung. Moment. Ich hatte dieses super krasse Unterberg-Dingens da dabei. Ich werde dich ohne das gehen. Ja, ich... Ich gehe dann schon mal in die Richtung. Ich werde dich von dem Kind gehen. Ich rette... Ich hole dich nicht da nochmal raus. Viel Spaß. Wir treffen unseren Wegpunkt. Wo ist denn diese Steinmetz-Dingens? Ja, ich zeige dir, dass es in diesem Dorf, wo der Flug besonders fies ist. Kann ich da schon mal vorgehen? Ja. Das ist in der Nähe von dem goldenen Typen. Oder Frau. Oder was auch immer er sie ist. Ach, geht hier. Dieser Gold... Der Gold-Typ. Die müssen auch noch einmal ausschalten. Ich kann hier schon mal. Ja, ich kann hier auch schon mal erkunden. Hier haben wir noch ein paar Wege ausgelassen auf dem Weg. Ich kann hier schon mal ohne... Hoffentlich ohne Kämpfe auszutrücken. Ein bisschen rumlaufen. Du kannst gerne nachkommen. Ja. Ich habe eine 16er Rüstungsklasse mittlerweile. Oh, ähm. Oh, eine Rüstungsklasse. Hier sind Kämpfe. Hier könnten wir noch einen Kampf machen. Hier ist ein Sturfer. Ich bin unterwegs. Komm mal zu mir. Du kannst mir ganz in der Nähe. Den Kampf könnten wir jetzt noch machen. Und danach zu nehmen. Mit 156 HP. Oh, ha. Ähm, das wird vielleicht ein... Nee, krieg mal. Ich glaube, der hat noch Kollegen mit dabei. Und wie soll ich hier Bäume? Das passt. Ich müsste mich unsichtbar machen können. Aber Starven ist halb tot. Und der ist immer halb tot. Oh Gott! Was ist denn jetzt? Ich habe hier... Ich bin in eine Zwischensequenz gerannt. Ach, du Heiliger. Ich werde dir nicht erzählen. Ja, das ist... Ja, das ist bei einer... Das ist bei einer... Das sind ab drei... Das sind ab drei bei einer Wache auch irgendwie passiert. Irgendwie vor dem Tor. Die haben irgendwie... Hat auf einmal eine sehr ausge... Das ist ein letztes... Das passiert irgendwie öfters hier, dass da... Das ist ein bisschen beängstigend. Das ist ein bisschen beängstigend. Aber wo ist das? Das ist wie ein Ambush. Hier hinten. Ah, ein Ambush. Äh... Sprich einfach mal nach oben, ne? Komm mal, wir haben jetzt hier. Ja. Ich renne mal hier nach vorne. Karin und die zwei Skelette sind natürlich komplett hinten im Hintergrund, weil... Ist halt so. Ich höre schon jemanden ausschalten. Ich bezweifle das. Dann muss ich halt... Oh, ich kann mal Sonnenstrahlen nutzen. Oh, und wo dann der Schlurfer? Uh, die sind wie... Die sind wie... Nicht schlecht. Das war ein solider Schaden. Das war Sonnen... Sonnenstrahl. Ja, man merkt, dass das eine göttliche Waffe ist, würde ich sagen, ne? Wilde Magie. Blitzschlag habe ich jetzt auch noch dazu. Das wird interessant. Ja, du kannst jetzt Gegner blenden. Mein Charakter ist was du tut. Ich kümmere dich ja um die Kleinen. Ich kann jetzt folgendes machen. Ich kann einen Shadow Step machen. Er hat 30. Warum werde ich so... Warum wird mein Charakter immer so stark... So schnell Bravo gemacht? Ich weiß ja schon. Ich müsste nur noch meinen, ich habe einen Paladin... Ich bin ein Paladin in der Ritterrüstung mit einem... Extrem heftigen Schild. Eine Waffe. Ich habe sogar einen Helm... Ich habe eigentlich einen Helm auf die kritische Treffer verhindert. Aber gut. Ja. Trotzdem sofort. Ja, der Rest von unserer Einheit kommt dann auch demnächst mal eventuell. Trotzdem sofort gut. Wenn wir gedenken, dass es nett sein könnte. Oh, der Schlupfer ist in der Magic Missile Reichweite. Torment! Was ist bitte nicht in der Magic Missile Reichweite? Dieser Zauber ist... Ja, er ist schon lustig. Warum ist das alles Skelett fast tot? Ach ja, wegen den Pflanzen. Die hier an der Ort kommen. Was zum Lenker? Warum tun mir die Pflanzen so weh? Das nicht. Weil die auf Rettungswürfel laufen. Oh, ähm. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Oh nein. Was? Und zwei Gegner dazubekommen und kämpft. Sie sind reanimiert worden. Ja. Oh nein. Zucala ist da. Da muss ich mal hier rufen. Da ist ein großer hinten. Blitzschlag kannst du noch benutzen. Das bringt aber nicht viel. Ja, es hätte ihn geblendet. Aber er ist fast K.O. Wir hatten noch neun oder so. Vielleicht da. Neun in das Spiel. Aber die vielen kleinen, die sollten wir... Die machen mich gerade K.O. So, ich bin am Arsch. Äh, ja. Kannst mich irgendwie wieder übernehmen. Mit den Schriftrollen, die du weggeworfen hast. Äh, ich kann dir gleich einen Haltrack hinschmeißen. Ja, der hat alles um mich herum ist. Da rumgegangen. Ja, komm. Erst da, dann hast du noch einen K.O. 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 Fehlschlag. Schön. Wie immer. Der hat nur neun HP. Na komm. Du hast doch noch was. Äh, ja. Ich schmeiß dir auch gleich zurück in den Weg. Habt keiner Halt, denke. Und wer ist das, mal den hier auszuschalten? Vielleicht ein anderes Skeletzer. Ein einfacher Schlag. Dann ist der Große vorbei. Ich glaube, du bist dran. Ja, ich kann mich aber Energietunneln in die beiden und die beiden runterschmeißen und bumm. Der Große ist jetzt down. Oh nein, der explodiert doch gleich, oder? Nein. Der explodiert. Alles klar. Äh, ich dachte, der Große explodiert doch. Nö, sieht nicht so aus. Gut, das waren meine Züge. Hier gibt es noch einen Großen. Also den Weg davon. Ja, das war ein Splett. Ah, er will den Mönch. Kommt ein kleiner. Ach, die Nadeflagen sind wahrscheinlich die, die explodieren. Ich krieg mal die Kleiden an. Du solltest dem Paladin helfen. Zu spät. Gut. Ich muss das darin wohl übernehmen. Ja, er hat sehr viele Heilwilligigkeiten. Nämlich genau die hier. Warum bin ich jetzt loben gegangen? Weil du dumm bist. Okay, er ist geblendet. Auf in den Kampf. Ja. Wir haben eine Bullshit. Let's go. So, Alchemistenfeuer. Wer von euch hat Lust? Ah, ich glaube nicht. Am besten nicht der, der neben mir steht. Der gehört mir. Den haben wir gleich. Bin nicht gleich mit Karnach gemeinsam. Schade, dass wir nicht nach und nach klingen. Schachbrett. Ah, Schachbrett. Aber gut, dass das mitgenommen habe. Ich bin nicht der Magier. Ich bin der Magier. Ich bin der Magier. Ich bin der Magier. mit mir nicht viel machen, außer zu wohnen. Da geht er da oben. Keiner noch. Silberfäller, los! Oh, ich kann ansteigen. Ich spring schon mal zum Loot. Ist gleich, der hat nur noch 11 und brennt. Ja, ich kann auch mal Bullshit werfen. Wasser, los! Wasser ist jetzt nicht so gut. Wir stehen damit. Weißt du, was brennendes? Ich stelle mich... Ich guck mal. Ich hab sehr viel Scheiß. Gefängnisschlüssel, los! Es hat einfach... Hat der Gedecknesschlüssel gerade 5 Schaden gemacht? Ja. Sonderlinge Dunkeln ist gut Munkeln. Okay. Okay. Hey, du! In der Schachbrett wieder mal mit. Ja. In der Selbstverbrennung. Ich glaub, das war... Ich glaub, das war... Es gibt der Schachbrett mal wieder kannst werfen. Ähm... Ja, sicher. Ich glaub, das war das... War das nieder Schachbrett von... 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 Von der Tafel. Ja. Da gibt's doch diese eine Sequenz, die wir verpasst haben, wo der mit dem Schachbrett spielt. Ja, weil du das Schachbrett geklaut hast. Die Holztruhe da oben hast schon gedootet. Ja. Äh... Ring der Selbstverbrennung... Hier, bitte. Ich hab mich sonst noch irgendwas interessantes hier. Hab ich auch nicht gedacht. So, Steinmetz-Gilder. Ich guck mal, was kann denn der Waffe... Ein Knüppel. Äh... Wir brauchen, glaub ich, ne Long Rest. Ich glaub, wir sind alle ziemlich down. Von mir aus. Ja, wobei, hier ist doch ein Hafner. Naja, egal. Na ja, egal. Irgendwann was zu sagen? Ja, hin. Oh nein. Ja, egal. Ja, egal. Ja, egal. Ja, egal. Wie ein Gästchen. Egal. Wie ein Gästchen. Wie ein Gästchen. Wie ein Gästchen. Wie ein Gästchen. Da sind auch арgatiert. Dann haben wir uns in Moonrise Towers. Das stimmt. Wie ein Gästchen. von ihnen. Schaue die Kraft, die wir haben. Ich meine, ich glaube, dass es ein Werkzeug kontrolliert wird, also finden wir das. Schau, ich bin nicht eine Details-Person, richtig? Aber Taylor, ich glaube, es gibt eine Möglichkeit, wenn wir die Tempeln kontrollieren können, können wir uns selbst sicher und liberieren die Welt. Ich glaube, ich bin nicht sicher. Es ist so gut, einen Tag zu finden. Natürlich, das ist alles, dass wir lange genug leben, um diesen ... ... Mondreise zu finden. Aber ich fühle mich optimistisch. Es ist noch kein Plan, und noch nicht mehr ein ... Gefühl. Ich habe ein Butterbruchchen gegessen. Jetzt wiege ich 300 Kilo. Ja. Aber du hast ... Die Sachen stacken sich auch immer. Da hast du irgendwie 50 Millionen irgendwie gestackt auf einem Ding. Dann wirst du auch schon sehen aus und dann hast du auf einmal 300 Lagervorräte. Ja. Ich meine, wir haben jetzt immer noch 1261 Lagervorräte. Wird langsam eng. Ich habe mich gefragt, gibt es ein Achievements dafür, dass man ... ... dass man bei einer langen Rast all seine Lagervorräte verwendet. Ich weiß nicht. Nee. Das wollen wir, glaube ich, nur noch Blödsinn werden. Aber ... Ich hole uns wieder ... Ich hole uns wieder ein paar Skelette. Dann lass uns mal zu der Ringens. Naja, Moment. Kurz nach einer Regeneration. Da gibt es noch ein Fleckchen, das wir nicht haben. Ach ja, da drüben wollten wir noch hin. Wir wollten erst mal noch die ... ... die Quest abrollen, bevor wir da weitergehen. Bei den Nekromanten. Da sind beide ja gar nicht hingekommen. Ah ja, stimmt. Die waren auch hier irgendwo drüben. Zum Glück sind wir jetzt vor dem Schattenflug geschützt. Das heißt, wir müssen uns auch keine Sorgen mehr machen. Ja, bei hier ... Wobei, hier ist noch ein Kampf, den wir mitnehmen können gleich. Kommst du runter? Ich weiß nicht, wo du gerade bist. Ich bin gerade auf dem Weg zu dem ... Guck auf die Map. Ich bin gerade schon fast bei ihm. Durch. Müssen wir jetzt noch einen Kampf mitnehmen? Äh, der ist relativ ... ... spaßig, er ist ... ... ein paar Level 1, äh ... ... ein HP Graben. Dann kommen wir ja eh daran vorbei. Oder nicht? Ja. Oh nein! Äh, wo bist du? Äh, hier unten. Kommst du vielleicht endlich mal runter? Wir sind gerade in einem anderen Kampf. Du hast eine Map. Du hast eine Map. Nadelplage. Ich bin gerade bei Nadelplage was. Ich bin gerade fast in einen anderen Kampf reingenaufen. Okay. Darum ist noch so Nadelplage-Dings. Ja, ja, die sind da oben auch. Ja, ja, die sind da oben auch. Na gut. Ja, die sind da oben. Ja. Ja, ich bin gerade bei Nadelplage-Dings. Nicht, dass er spaßig ist. Das sind Synonyme. Ernsthaft. Verschwende keinen Spell Slots auf dir. Verschwende keinen Spell Slots auf dir, keine Sorge. Das wäre einfach Spaß. Wie gesagt, das sind 1 HP Raben, die sind halt... Man kann Feuerball auf die Stelle, wo du dran stehst. Das lohnt sich nicht. Nee, wirklich nicht. Du hast 95% Neffersaus, egal was du tust. Also, hier. Wenn ich jetzt mit meinem Kampf noch ein bisschen nach hinten gehen würde, dann könnte ich noch einen zweiten Kampf anfangen. Dann könnte ich den Kampf jetzt noch mit reinholen. Kampfarbeitern. Oh, der Medis tut. Der Medis tut... Warum... ...durch ein paar Raben? Äh, ja, wenn dich 30 Raben angreifen und ein paar davon treffen, dann machen die durchaus Schaden. WTF? Ist jetzt nicht... Ist jetzt nicht Samar, oder soll ich? Wir hatten gerade einen Rast. Ja, und die brauchen wir jetzt auf... Nicht wirklich, weil der basiert auf kurzen Rasten. Und das darin hat 6 Heiltränke, das sollte reichen. Okay, das ist Samar. Ein bisschen Raben mit uns in das Lade nehmen. Sie ist nur fast wieder voll. Na dann, hier gibt es noch einen nächsten Kampf. Das lohnt sich überhaupt nicht, das ist tatsächlich nur ein Bait gewesen. Also der ganze Kampf hier ist komplett sehnlos. Wollen wir den Kampf da oben noch machen gegen die Bäumchen? Wollen wir den Kampf da oben noch machen gegen die Bäumchen? Wollen wir den Kampf da oben noch machen gegen die Bäumchen? Wollen wir den Kampf gegen die Bäumchen noch da oben machen, oder nicht? Äh, ja, können wir. Dann räumen wir hier auch nicht auf. Ich glaube, da hinten müsste dann auch der nekommandentyp sein. Ja, der ist irgendwo da. Ja, der ist auch ziemlich cool. Ich verscheide, dass der nur hier auftaucht. Den nehmen wir auch definitiv mit, weil dann können wir einen von den Raben beschwören. Ja, ich weiß. Und das sind Handschuhe, glaube ich. Moment, nicht reinrennen, nicht reinrennen, nicht reinrennen, nicht reinrennen. Gut. Okay, was hast du vor? Ich möchte sneaken. So, jetzt bin ich hier in Reichweite und ich kann theoretisch einen Sneak Attack auf den Kollegen. Ach egal, ich gehe einfach rein. Ambush, hier. So viel dazu. Das Wichtige ist, dass wir nicht diejenigen sind, die überfallen werden, weil sonst kriegen die ne extra Runde. Ach, hier ist ein großer. Ich gehe in Bewegungsreichweite. Ein Schlüssel unbekannter Art. Let's go. Fünf Schaden. Fünf Schaden. Die großen Zwerster schalten. Ich kümmere mich im Hintergrund hier mit den Summons um die kleinen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht, was ich. Siehst du mir nicht. Ich muss das. Dann gehen Sie. Ach. Da, ich bin nicht. Von mir ist. Für mich ist das. Ich muss das. Das war nicht schlecht. Ah, schade. Smiten lohnt sich bei denen nicht. Kann Carla nicht auf diesen Bullen ansturmen? Ja, wenn sie mal dran ist, kann ich sie versuchen. Ja. Ist vielleicht jetzt hier bei der großen Krächen gar nicht so hoch. Uh, das war ein fieser Angriff. Das war zu fieser Angriff, verdammt. Wie viele Ressourcen? Ah, hier kann ich das machen. Hat ja viel gebracht. Du bist nah dran. Ein Zentimeter weiter gekommen. Und eine ganze Runde verschenkt dafür. Mach ich nie wieder. Hey, dafür kannst du dich jetzt teleportieren. Aber nicht deswegen. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Das war's. Ja, die sind vor allem fies, wenn sie in einer Kettenreaktion abgehen. Das heißt, wenn alle um dich herum gleichzeitig explodieren, dann ist es böse. Okay. Ja, das war's. Er ist weg. Der auch gleich. Ja komm, hier ist noch ein Gegner, ein Gegner noch, vielleicht könntest du mal hier den besiegen und danach looten, lässt mir den Gegner besiegen. Schade, ich glaube, das ist ein Item drin, das ich benutzen kann. Naja, mach dir nichts draus, der ist nicht so sehr stark. Oh, ich dachte, das würde Treffen. Naja. Das ist jetzt ein Schaden, den ich wegen dir fassiere. Alles muss man selber machen. Und ich bin fast tot. So, weiter geht's. Äh, da hinten ist er. Hier gibt es aber noch eine Truhe. Die Truhe kann ich gleich holen. Oh, jetzt bin ich in den Dialog gerannt, naja. Hä, der 4. Erfolg. Nichts wirklich Wichtiges. Äh, ist das bei dir auch? Was? Er ist bei mir zensiert. Nein, bei mir ist er nicht zensiert. Ein fairer Punkt. Vielleicht dieser ist zensiert. Er hat einfach einen weißen Balken im Gesicht. Der Typ. Er hat wirklich einen weißen Balken im Gesicht. Wichtig. 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 Wie zum Henker. Okay, das muss ich mir, das muss ich mir für Sam Nehros schneiden. In der Weihengengesicht. Das ist nie. Oh, das war's. Wichtig. Und sie verraten. Sie sterben, wegen ihrer. Und bis zum Weg. Drei. Kann man eigentlich seinzeug auch Lootlömer getötet? Wie würde ich nicht Lootlömer? Das ist interessant, das ist ein Festpunkt einiges Die Fest kriegt die Liebebeschwörung, vielmehr nicht Aber das ist nicht schlecht Natürlich nicht, aber kann ja auch sein, dass wir von den Minuten Und du darfst die eine, du darfst die einen Natürlich nur wenn du willst, wenn du es willst Eine, eine, eine Das ist eine tolle Sequenz von der Seine Erscheinung war ziemlich blendend Hast du jetzt die Quest angenommen, das war das Buch für ihn zu holen? Natürlich Ich probier mal ihn, soll ich mal probieren ihm was zu klauen? Warte, ich rede kurz mit ihm Nee bei mir ist er nicht so schade Warte mal, bleib mal im Gespräch Warte mal, bleib mal im Gespräch Ich kann nix versprechen Ich suche ein Rekord von diesen Gründen Ein Lager, geschrieben in ihrer eigenen Hand Ich würde sie so gerne den Sneak-Attack hinten reinhauen Lass das sein Okay, du wolltest nix Ja Ja So, na dann Ja Hier gibt's noch was dazu gefunden Hier gibt's Gräber Ach, das ist ein schwanger Kai, oh Gott, das erklärt so viel Ich hab mich die ganze Zeit gefragt was er ist, natürlich Ich hab mich die ganze Zeit gefragt was er ist, natürlich Okay Gut Hätte ich mir denken können Ja Bist du zu der Kiste oben gekommen? Hier hab ich gelootet, da war nicht viel drinnen Ich glaub so ne Eine Schurftrolle und ein bisschen Gold Hier ist noch eine andere Truhe Hier ist noch eine andere Truhe Ich sehe ein Blutdurst Nein, ein Blutstein Hier drüben gibt's noch einen Flecken, den wir nicht aufgedeckt haben Banishment haben wir Ähm Wollen Adonar Nach oben ist eine Sirup-Torte Ja Wo findest du da? Äh, hier oben, da liegen noch einen Haufen tote Hafner Okay Und Wildschwein Tötest Das ist tot Tötest noch mal Erdhaufen Und wo geht's hier lang? Sekund hier mal die geschwätzten Stellen. Du dir keinen Zwang an. Ich hoffe ich gerade hier nicht in den Kampf, weil dahin ist das ein bisschen... Hier gibt's noch eine Kiste, vergraben. Oh, ein paar Tränke. Immerhin. Was gibt's hier noch? Ist die gerade Kiste gerade gehüpft? Muss ein Back gewesen sein. Ich habe Informatives über den Schattenfluch herausgefunden. Ah ja. Und hier geht's noch weiter. Beziehungsweise zurück. Eingang zum Unterreich. Ich glaube, da sollte ich nicht lang. Probier's doch mal. Ah, krunk. Was soll denn schon schlimmstenfalls passieren? Ja, im Hintergrund. Weil mir geht dauernd Twitch an. Das war's, den zuhören. Ja. Ja, die anderen Male hoffentlich nicht. Okay. Vitrullus Schatten. Okay. Ich habe Pflanzen gelootet. Hallo. Da drüben gibt's nicht wirklich was. Ja. Ich habe übrigens keine Ahnung, was passiert, wenn man, ähm, den Gewesenen tötet. Also den Nekromanten da hinten. Hier ist noch was unendlich. Keine Ahnung, ob man sein Zeug looten kann. Dann tu es nicht. Wir könnten speichern und probieren. Weil mich das echt interessieren würde, weil das macht irgendwie niemand. Wozu? Um es rauszufinden, vielleicht hat er ziemlich OPs Zeug. Oh. Beut so ein Vorschlag. Lass du dir nochmal in deinem Run, bist du in deinem Tag, wird schon versuchen. Na, ich spiele das aktuell nicht. Ich fühle es gerade irgendwie nicht mehr. Mhm. Dann lass es bleiben. So, hier haben wir jetzt so ziemlich alles ausgedeckt. Dann lass uns mal da unten. Äh, ja, ich glaube es fehlt hier immer noch 90% der Karte, aber ja. Ja, aber es gibt keine Wege dorthin. Wahrscheinlich, wenn wir den Fluch dann auflösen und mit Hellsinn dann das Zeug machen. Ich habe mal eine schnell Reise zum Stadtpferd gemacht, dort drüben. Ja, ja, ich gehe den langen Weg. So, wo müssen wir jetzt hin? Da drüben, da wo es noch nicht aufgedeckt ist. Ja, hier sind noch ein Haufen Leichen. Oh, das sind ein Haufen Tieflinge. Die haben nicht, die waren arm. Uh, der hatte was Neues. Oh. Ähm. Haben wir Karnis schon geglötet? Ja, oder? Ja. Ich bin gerade an der Stelle, wo man mit den Haufen... ...bis innen greift. Äh, da sind wir mehrfach vorbeigelaufen schon. Ah, okay, ich habe hier... ...die Metz in der Messe ist. Da wirst du mal kommen. Das ist alleine ein bisschen schwierig zu bekämpfen. Guck mal her. Äh, sind das die unsichtbaren Jungs? Das sind diese Viecher, die dich fesseln und wegteleportieren. Ja, die unsichtbaren, die sind nervig. Äh, Moment, ich würde aus dem Hinterhalt angreifen. Mach mal. Wo ich tierische Probleme mit hatte, mit dem, weil... ...weil du kannst... ...wenn die... ...du bist... ...du musst eigentlich deinen Gegner selbst alleine selbstständig bekämpfen. Das ist ja blöd, wenn du einen Baden hast, der eigentlich... ...der auch nach dem schlecht gelevelt ist, der nichts kann... ...und du dann einfach nicht... ...mit dem Barbarenkörper nicht hinterherkommst. ...und du halt einfach draufkommst. Ja, ich... ...ich hatte einen Warlock... ...der das machen musste. Du musst halt eigentlich einzeln kämpfen gegen dich. Unsichtbar hinsteppen und dann... ...smash. So. Die sind halt ziemlich nervig. Ja, ich hätte nicht mehr so überrascht. Wir haben jetzt... ...wir haben jetzt... ...free Aktionen. So wie das sein muss. Du musst deine Pizze weit entfernen. Äh... ...ja, aber ich kann einen komplett... ...aus dem Leben nehmen. Oh mein fucking Gott... ...hab ich das getrunken. Ich kann theoretisch... ...zwei Sneakertacks pro Runde machen. Das ist mir neu. Das ist ziemlich stark. Sonst sollst du das tun. Jetzt sollten wir nicht... ...dieselben Gegner bekämpfen. Äh... ...doch. Die Skelette haben keine Ruhe. Treffen. Was ist das? Ist das was lustiges? Rankenwachstum. Ja. Das ist gut bei den Gegnern. Ich kann das nicht... Ich kann dich nicht bewegen. Also sie können sich schon bewegen, aber sie... ...haben halt schwieriges Ziliemen. Aber alle anderen auch... ...die eigenen Kampferleiter. Nein. Nein, die eigenen nicht. Doch. Die eigenen schon. Versuch's mal hier rein zu gehen. Dann halt sie gerne davon. Das war ne sehr gute erste Runde. Ja. Kombination aus Unsichtbarkeit plus Sneakertack ist halt super stark. Holy shit. Ich hab Nebelschrutz, da kann ich vielleicht... ...hier mal rüber. Ja, du kannst... ...du kannst Misty-Step. Ich kann halt... ...mich durch die Gegend kontrollieren. Hm. Da bin ich. So. Erste Action. Ah. Fuck. Kalt. Ich finde es mehr möglich. Mach ihn da da. Schubst ihn runter. Das müsst ihm schon. Kann ich nicht. Ich glaub das jetzt nicht funktioniert als gut. Hier. 2 HP. Einer weniger. Ja. Ja. Ähhh... Verfolter Pelz. Hier. Oh, da ist er tot. Oh, da ist er tot. Jetzt geht er spaßlos. Ich kann's nicht. Ich weiß es. Ich weiß es. Das ist das. Das ist die Guerinilis. Oh, das ist das. Ich weiß es nicht. Und Kalach wird teleportiert Jetzt wird's lustig Aber er ist da oben jetzt an dem Boden befestigt A Staron ist dran Ja, das kann ich nicht sprechen Noch hat er die Skelette bei sich Ja, er kann halt im Moment legit nicht sprechen Das heißt, als Magier ist das das Schlimmste was passieren kann Ja, ich weiß Ich hatte irgendwann mit meinem Milch die Fähigkeit Die Schweigekuppe irgendwie zu erzeugen Das war nicht schlecht Du hast heute auch einen Schattenmensch, willst du sagen? Das war echt nicht schlecht Ich bin davon ausgegangen, du hast einen Open Hand Mensch gehabt Ich glaube ich habe den da zum Schattenmensch gemacht Es ist sehr stark Aber er ist dann irgendwann drauf gegangen Ich glaube der Catfrag ist da drauf gegangen Seitdem habe ich im Dark Urge schon einen Paladin mit dabei Auf Biker Das ist ziemlich schnell Im Dark Urge Erstaunlich wie schnell man einen Achso, ich bin dran Ja du bist dran Erstaunlich wie schnell man einen Eidbrecher nicht erzeugen kann im Dark Urge Das geht sehr 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 schnell Ja ich komme hier nicht weg Schade Kannst du komplett knicken Also im Dark Urge Wenn beim Eid zu bleiben Beim Eid zu bleiben kannst du knicken Wenn du ihn spießt als Charakter sowieso Da bist du Fast instant Ja Na gut Dann muss ich ihn leider so fertig machen Dann sind doch nur noch 3 Schub es ihn doch runter Dadurch dürfte der Schaden kriegen Äh ich habe meine Aktion äh meine Dingensda Aktion schon benutzt Ja ich betreue immer noch nicht So Na gut du hast doch hier Stoßen Das ist eine klasse Aktion Ich Ja Stoßen funktioniert leider nur wenn ich halt Äh die Aktion noch nicht benutze habe und die habe ich für Schattenschritt gerade benutzt Gut Die sind irgendwo Ja Dann jeder für sich Ja Was für mich ist ein Nahkämpfer und kein Zauberer Nee Wie ich ihm gerade gesagt habe das ist halt Wenn du einen Nahkämpfer spielst Das ist halt cool in diesem Kampf Dann kannst du dann Dann Schaffst du das irgendwie Aber wenn du halt jemanden kämpfst der Auf Wernkampf irgendwie aus ist Oder irgendwie Oder auf irgendwie einen Healer Charakter spielst Dann hast du halt irgendwie Wie wir bist am Arsch in diesem Kampf Was halt wirklich Ein Healer Charakterspiel ist Ja Dann hast du halt wirklich Die Arschkarte gezogen Kann mal Astarion helfen Ich habe eine Chance Ich habe eine Chance Ich habe eine Chance Astarion zu retten Ich habe eine Chance Astarion zu retten Ah ein HP noch Viel Spaß mit dem Das ist doch nicht wahr Das ist gut ist dass ich gerade keinen habe Das heißt ich bin Mein Charakter ist relativ frei Er kann sich Jetzt kommt hier die Kombination Boom So macht man das Und sich herum bewegen Und ist dein Mönch noch frei Das heißt er kann sich auch Ja Frei bewegen Und Schau mal Kralach hat da drüben noch einen Vielleicht kannst du den unterstützen Weil der hier hat nur einen HP Das kriegt das da nur deine Ich musste mal Ich musste irgendwie nur mal runter Hilf mal Kralach Wirklich da wo der Mensch stand Wirklich dahin Okay Kralach braucht keine Hilfe mehr Es hat sich Er auch nicht Okay dann Alle zusammen Sammeln Und immer lupen Leuchtende Handschuhe Was ist das? Idole von Selun Das ist das Idole von Selun habe ich bei mir Ja Das wären Handschuhe für Kralach aktuell Oder für dich Gebe mal her Ich kann mal schauen ob die besser sind Ich gucke erstmal was das Ding kann Was macht Leuchtkugel Sie finden meinen Schritt Ah ok Ich bin in der Falle geraten Und Nachteile geben Ich gebe es einfach mal dir ins Inventar Aha Verhörprotokoll Mhm Leuchten Handschuhe Leuchtkugel Handschuhe Wenn der Träger Gleisenden Schaden bewirkt Sie wirkt Zwei Gründen Runden lang Leuchtkugel auf das Ziel Ist das besser als die Handschuhe des Streitlustigen Himmels Die haben Schallschaden Schallschaden Blitzschaden Gleisender Schaden Zwei Züge lang Widerhall Ich Das musst du entscheiden Das kann ich nicht beurteilen Ich erkenne halt dein Bild nicht Schallschaden Die sind schon besser Weil ich habe auch einen Schallschadenangriff Ich habe einen Weißen Schaden Ich behalte die Handschuhe Ach bei dir Ach stimmt Das macht bei dir jetzt Quasi jeden von deinen Niederstrecken Stärker Und so würde es halt nur ein bisschen Nachteil Aber für Für Kader könnte das was sein Aber die hätten einen Entgleisenden Angriff Mit Erbe von Avernus Und Und Sonnenstrahl ist auch gleisend Das heißt Ja genau Außerdem macht dein Dingens Dein Ihr Dingens Morgenstern Ja sowieso Gleisenden Schaden Dann gebe ich hier meine Handschuhe Okay dann kann sie noch Nachteile bei Gegnern verpassen Das ist Ziemlich Okay Reisetruhe So wo geht es jetzt hier an Ja Geht in Pfadfolge würde ich sagen Oder Ja Ich habe den Ring des Zwielichts bekommen Cool Gleisenden Handschuhe und Ring des Zwielichts Passt ja sehr gut Ja Da ich sowieso nie ähm Wirklich Fehler mache beim Dingens Brauch ich den Vorteil nicht Dann Let's go Im Schatten Bin ich jetzt noch schwerer zu treffen Was super stark ist Dann machst du den perfekten Builds Ich bin Ich bin Ich bin sehr krass auf Schatten mittlerweile ausgelegt Wenn ich mir noch die dunklen Justiziarsachen mitgenommen hätte Dann wäre ich richtig richtig stark Du bist ja bei dem Schatten unstarkbar Bin ich jetzt schon aktuell Bin ich jetzt schon aktuell Okay ich bin schon hier oben Mein Gott Astarion mach mal Ich zeig dir mal eine ordentliche Waffe und Ich bin mir die scheiß Laterne aus meinem Gesicht Okay wo müssen wir jetzt weiter Da waren wir schon Ich weiß nicht wo du bist Ich komme einfach mal in deine Richtung Ich bin hier wo wir schon mal nachgelaufen sind Ah hier Ich komme dir entgegen Wir sollten genau in die andere Richtung Glaub ich Äh ja Hier sind aber noch Skelette Hier müssen wir dann Also theoretisch wie gesagt Ja wie gesagt Da unten In dem anderen Gebiet Ein toter Geflanky Die sind auch überall hier Und der hat einen Geflanky Coat schwärzt dabei Warum auch nicht oder Ja nice Nimm mit Die sind wertvoll Ich packe die gerne in Zündel da Ja klumpf es mir ruhig zu Ich schicke mal das Hexenzeug jetzt Na wobei Im nächsten Kampf den wir haben Werde ich jetzt mal eins von den Hexendingern werfen Um zu gucken ob die überhaupt wirklich Ach hier Hier gehts übrigens zu der Zu der Goldhändlerin So der Sollten wir die jetzt mal herausfordern Ja Wir können die im Wir können die im Gespräch erledigen Müssen die nicht Lass mich die mal im Gespräch erledigen Nur Damit wir die nicht bekämpfen müssen Weil der Kampf gegen die ist Ist ziemlich scheiße Lass mich reden Ähm Sind wir hier von dem Schattenflucht betroffen Oder sind wir es auch nicht Mit dem Pixiesägen Also ich bin Wir haben eine Pixiesägen Okay der ist also stärker als das von der Klerikerin Okay wie kommen wir da hoch Lass mich mit erregen Wo steckt denn die? Da hinten. Wir sollten vorher mal speichern. Da hinten ist er. Ich gehe mal ein bisschen quatschen. Wenn man da relativ gut hörfüllt, kann man sie auch sich selbst umbringen lassen. Ich weiß, das kannst du mit allen von denen machen. Ich würde als Schurke dann den Fettsack an der Bar machen. Kannst du machen. Okay, was bringt ihr? Druid ein größeres Gleichgewicht in der natürlichen und zivilisierten Welt, hoffe ich. Immer die Antworten, oder? Druiden-Antwort. Ich brauche Gold! Hilfe! Wenn du 5.000 Gold gibst, dann kriegst du den Zauber, mit dem du einen Gegner in Gold verwandeln kannst. Das kriegt man mit der Waffe sowieso. Ne, nicht in den ich in Gold verwandeln kann, aber mit... Du kannst dann passen, aber erst musst du dich schaden. Das ist relativ geil. Die hatten Angriffe mit dem du Geld... Je mehr Geld der Gegner hat, desto mehr Schaden macht die Waffe und Waffe. Die Waffe, das ist ziemlich genial. Und dann kannst du vorher in Vorbereitung jemandem einfach dein gesamtes Gold geben und dann hast du halt 5.000. Kannst halt einen Bossgegner einfach... Dann gibt's dieses Video, wo du Gortasche einfach per Stealth-Taschendiebstahl einfach dein ganzes Geld reinsteckst und dann gehst du mit und steckst den Eimer mit der Haserwaffe und dann hast du dann zack, tot. Ja, vor allem stell dir mal vor, du stellst dich einfach gut mit ihm, gibst ihm so als Gastgeschenk bei dieser großen Feier. Dann zack, dumm. Einmal so 10.000 Gold. Und dann nimmst du den Hammer raus, haust ihm einmal leicht gegen die Stirn und der explodiert einfach. Äh, was soll ich denn jetzt hier machen? Ich glaube, das hier war's. Du kannst nicht bezahlen, du kannst nicht passen! Gold! 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 Dann haben wir sie überzeugt, dich selbst als wertlos zu betrachten oder so und haben. Das war irgendwas mit... Aber da musste man da nicht bei Catholic vorher gewesen sein, da gab es ein paar Antwortmöglichkeiten, dass Catholic irgendwie... Ich kann mich daran erinnern, dass man hier sagen musste, dass man herausfinden muss, dass Catholic die Steuern eintreibt, dann muss man sagen, Catholic bringt dir doch nichts, das bringt dir das, dass du... Du musst die Selbstständigkeit machen. Irgend so war es dann, wird das ein bisschen blöd jetzt hier. Dann müssen wir sie doch bekämpfen. Ich glaube, die Antwortmöglichkeiten haben, Catholic hier zu tun. Ich gucke, ich gucke. Wer seid ihr, was verlangt hier? Ich bringe Fluchland ein Ende, ich bringe Wein, ich bringe euch den Tod. Ich rede erstmal mit sie, ich mach einfach hier die... Ähm, du musst... Fragen, wer du bist. Also wer sie ist. Ich brauche Gold! Wer sie ist, sie verlangt Gold. Das war keine Antwort auf meine Frage. Nächste ist das hier. Du kannst passen, aber erst... Mir scheint, ihr habt nur Gold. Jetzt wird's wichtig. Na, was denn? Das hier. Ich rede mal ein Goldstück zu werfen. Ich werde das Goldstück. Wie viel wollt ihr genug, der Kretor ein Goldstück zu werfen? Überzeugen, warum die sofort daraus beim... Jetzt... Jetzt kommen die Überzeugenwürfe. Das Gold ist nicht für mich. Das Gold ist für die Höhe. Ich bekomme die Höhe. Ich bekomme die Gold. Oder... Überzeugen sagt wer... Immer Überzeugen. Überzeugen ist immer der richtige Weg. Sekunde. Sprecherstand. Vor allem bist du auch über... Geübt den Überzeugen. Easy. Und da geht's hin. Ich sammle mal das Gold ein. Wir haben ein Level ab. Kannst du sie looten und willst du die Waffe haben? Oder... Ich fände es eine Verschwendung, die nicht zu nutzen. Die Goldwaffe. Das ist bei manchen Gegnern ganz schön okay. Gerade bei Händlern. Also wenn du gegen Händler kämpfst, musst du die unbedingt mal. Wenn du manchmal so viel Gold mitstrahlen... Weiß ich. Darum nutze ich es wirklich dir. Eissturm nehm ich mal mit und... Soll ich dir die Waffe in den Momentar stecken? Und wenn du schickst da ist. Willst du die nutzen? Nur nicht verkaufen. Verkaufen wäre Blödsinn. Ich habe jetzt mal ein Gold eingesammelt. Das ist Leva-Fachterich. Ja, wobei. Das ist stark. Das ist ein Tresorhaut. Stoss knapp unmöglich. Ja, Moment. Mach erst mal dein Level ab. Stoss knapp unmöglich. Dann mach ich ne Werf. Molly wundert sich. Staunt schon über die Sachen. Druide Stufe 3. Soll ich jetzt weiter Druide machen oder Paladin? Das ist deine Entscheidung. So wie du möchtest. Ich würde irgendwann Paladin weiter machen. Aber wie lange lohnt es sich hier? Druide zu, der Wim. Soll ich erstmal... Paladin bin ich jetzt Stufe 5 und Druide Stufe 3. Soll ich jetzt... Soll ich das gleichmäßig? Soll ich... Wenn ich dann erstmal... Erstmal Druide Stufe 5 machen oder bei Paladin weiter? Kannst du... Ich habe jetzt aktuell... Sieben Level in Mönch und eine Stufe in Schurke. Ich werde jetzt nur noch auf Schurke gehen. Zum Beispiel. Zirke des Landes. Du hältst zwei immer vor... Vorbereitete Zauber. Arktisch, Küste, Wüste, Wald, Grasland, Gebirge, Sumpf oder Unterreich. Und was meinst du da? Das ist alles deine Entscheidung. Nebeschritt habe ich ja schon. Das ist Blödsinn. Nebeschritt kann ich ja schon, soweit ich weiß. Verschwimmen und Stille ist eigentlich ganz gar nicht schlecht. Bei anderen Magiern. Stille kann ich tun. Stille kann ich. Rindenhaut und Person festhalten. Das ist nützlich, beides. Unsichtbarkeit. Spurloses Gehen. Könnte auch gar nicht schlecht sein. Spielbilder. Dunkel. Ich bin jetzt Nebelschritt. Jetzt habe ich schon... Also entweder Rindenhaut und Person festhalten oder Unsichtbarkeit und Spurloses Gehen. Unsichtbarkeit wäre schon echt genial. Person festhalten. Ich würde ja Unsichtbarkeit... Das wäre schon... Du bist schon über 16, Kalach ist über 16. Der Einzige, der davon profitieren würde, ist Astarion. Der hält dich immer aus dem Kampf möglichst zurück. Erhöhe ihre Rüstungsklasse auf bis zu 16. Ja. Nicht der Charakter muss bis zu 16 sein, sondern die Rüstungsliste wird auf 16 angehoben. Nein, der Charakter... Ersteht erhöht ihre Rüstungs... Erhöhe ihre Rüstungsklasse auf bis zu 16. Nicht der Charakter muss... Darf maximal... Klasse 16 sein, sondern die Rüstung... ...wird hoch auf Level 16 gehoben. Maximal. Ja, aber wir haben alle eigentlich eine Rüstung von 16+. Also wir sind schon weit drüber. Es würde null Effekt haben. Person festhalten. Das ist ja der Punkt, den ich gerade meinte. Unsichtbarkeit bürgen wir eine Kreatur, um sie unsichtbar zu machen. Angriffe gegen sie sind im Nachteil, aber... ...eigenen Angriffe sind im Vorteil. Du spürst einen Schleier aus Schattenstödinger... Das ist eigentlich schon genial. Ja, kann man das auch auf sich selbst ansetzen, oder... Ja, eigentlich schon. Okay, was gibt es hier? Zauber vorbereiten. Ja. Rindenhaut könnte ich jetzt noch dazu lernen. Flammklinge nehme ich definitiv mit dazu. Drohnenwuchs könnte auch noch... Verstricken habe ich nie genutzt. Das hätte ich die ganze Zeit gehabt, aber nie genutzt. Verstricken ist ziemlich stark. Ich habe es nie genutzt. Donnerwuge habe ich die ganze Zeit auch schon dabei gehabt. Frag mich, warum ich das nie eingesetzt habe. Mondstrahl brauche ich definitiv. Moonbeam solltest du mitnehmen, ja. Dann nehme ich mal Wundenhallen raus, weil ich habe schon Handaufgegen. Ich weiß nicht, warum ich das drunter habe. Ich muss Flammklinge, sollte ich vielleicht auch mitnehmen. Und Drohnenwuchsgrin vielleicht auch. Ach, das ist doch ein Wuchsbruch nicht unbinkt. Das hat zu Gift von der Person festhalten. Flammklinge könnte auch genial sein. 3 bis 18 Schaden. Schwöre einen Flammkrumm, sieben in deiner Hand, der 3 bis 18 Feuerschaden bewirkt. Radius von 6 Metern dämmeriges Licht spendet. Ich habe eh schon Feuer... Eine starke Feuertage, ein Windstoß. Starker Sturmwind, der alle Wolken auflöst. Kreaturen nur mehr dazu gestoßt. Und das Gleichgewicht bringt. Personenfesthalten wäre vielleicht noch möglich. Aber Donnerwuge ist halt auch gut. Das würde ich halt... Also mit Tieren sprechen aus Stufe 1, habe ich noch mal zu tun. Habe ich noch aus diesem Grund nicht mit reingenommen. Ach, ich habe halt Donnerwuge drin. Muss halt nur mal nutzen. Sultana, neues Talent verfügbar. Oh je. Soll ich Wächter nehmen? Äh, ja. Sentin, sie hat hier zwei Handwaffen. Den Gegner haben... Sie hat wilden Angreifer. Nehmen wir sie. Ich glaube, Wächter, wer hat nützlich, da könnte keiner... Hat einen Bonus angekauft, das halt. Der ist halt... Ich glaube, ich habe es Lersel gegeben im letzten Stream. Das ist halt... Also Wächter ist halt sehr nützlich, der kann halt zusätzlich noch... Als Bonusaktion mit angreifen. Würde ich halt nehmen. Hier wird genommen. Ich habe gerade aus Versehen einen von den Hexentränken gesoffen. Okay. Ich brauche eine lange Rast. Was machen wir jetzt mit dem... Was machen wir jetzt mit dem Tresor hier? Der lässt sich nicht öffnen. Du willst da auch ein WC für, oder? Jaja, hier hinten ist auch noch einer. Da kannst du doch mal kurz vorbeikommen. Ich brauche jetzt eine lange Rast. Ich bin verflucht. What the fuck? Ja, ich habe einen von den Hexentränken aus Versehen getrunken. Was machen wir mit den Tresor? Ich mache dann mal eine. Ich bin gerade am gucken. Bei dem einen steht die Kombination an der Wand daneben. Da müssen wir einen Wahrnehmungswurf schaffen. Und den zweiten lese ich dann. Das kann ja nur schief gehen. Der Hund will was von dir. Wir sehen nicht. Wo ist er? Ach, der kommt so. Und merken wir uns nicht die Hexentränke trinken. Die sind zum Werfen da. Der Hund schweigt seine Haare. Ich habe meine Haare bekommen. Ich habe meine Haare bekommen. Schade, dass die, ähm, das Kalachter, was das Ellenbär-Baby verschweckt hat. Das ist jetzt. Ähm, das hätte eigentlich danach nochmal auftauchen müssen, aber... Ist es nicht. Ja. Ist dann halt so, ne? So, wir öffnen aber jetzt die Tresor, aber da könnte noch Geld drin sein. Du musst hier rüber zu mir erstmal. Ich bin auf dem Weg. Die Truhe hast natürlich schon gebootet. Lauf in Richtung, lauf in Richtung von hier. Und dann musst du dir die Wahrnehmungswürfe schaffen. Ja. Okay. Jetzt darfst du das lesen. Wenn ich es mal finde, die Wand ist bei mir noch unsichtbar. Oh mein Gott, du willst mich verarschen. Dreh dich um. Das Spiel. Die Wand rechts. Ich kann es gerade nicht. Ja, ich kriege es gerade. Naja, ich... Das Spiel lädt noch. Das ist scheiß Trick. Ich weiß, wo... Ich sehe den Zettel, aber... Ich kann ihn nicht erreichen gerade. Okay, ich... Gib mir eine Sekunde. Mein Klasse. Ich habe es schon gemacht. Kannst du den Tresor wieder zumachen, während wir gar nicht drunter sind? Da ist aber nichts drin. Da ist aber nichts drin. Was darf denn jetzt eigentlich Schmerz? Ja. Und den anderen? Ja gut, aber halt ein Typ drin. Typ und ein paar Vorräte. Gut. Anderer Tresor. Ich gucke. Ich habe was zum Werfen für dich. Dann pack ich mich hier in den Silvita. Okay, wir müssen... Oh, schade. Ich kann es dir nicht in den Silvita packen. Oh Gott, falscher. Falsches Tollhaus. Moment. Es gibt noch ein anderes. Ja, natürlich im ersten Akt. Okay. So, hier. Ja, Cookies akzeptieren. Mein Gott. Oh. Oh mein Gott. Das ist so scheiße formatiert alles hier. Alter. Da braucht jemand ein Wipdesigner. Ja. Jeder kennt die Werbung mit dem... Mit dem Paint Fenster, wo... Da steht hier, wir brauchen ein Wipdesigner. Wir suchen dringend einen Wipdesigner. Ja, wir müssen erstmal aufs Dach anscheinend. Auf dem Weg. Hier ist eine Leiter. Was mache ich auf dem Dach? Diese Kiste ist doch ungelöst. Wir finden da ein bisschen Lot, unter anderem eine gute Keule und einen Schlüssel für den Keller, mit dem wir dann in den Keller kommen können, wo wir dann den Keller laufen können. Oh. So, hier ist eingebrochener Ritter. Was machen wir jetzt hier? Doe auf einschlagen. Ja. Jetzt können wir da rein. Jetzt können wir da rein. Jetzt können wir da rein. Kannst du springen? Ich muss wohl. Irgendwie nicht. Ich komme da nicht rein. Ich springe. Und wenn du kannst? Es ist alles ein bisschen buggy. Hier, 5TP. Ich pack 5TP. Das ist doch schwere Truhe. Ach scheiße, ich habe mein Dietrich-Set ja schon verschwendet. Hast du noch Dietrich? Ich habe noch 3er. Pack mir den Zimventar. Ich bin getrischend in dem ganzen Farm. Perfekt. Ich nehme die Truhe mal eben kurz. Ich werde die Truhe jetzt einfach mal kurz nehmen und ich werde sie ins Lager schicken. Da kümmern wir uns später. Ich kann dir noch ein Dietrich-Set geben. Ja dann. Let's go. Hier ist auch 2er. Yay. Nicht unterzeichnendes Handels-Visum. Aha. Ich habe Knippe. Brauchst du Knippe? Äh, ja. Ja, cool. Das ist nichts. Das war Schwachsinn. Nichts signiertes Schreiben, das von einem Fälschungsversuch handelt. Von wem auch immer es stammt, wollte gesetzwidrig ein Zollhaus handeln. Aha. Und das machen wir jetzt hier auf dem Dach. Ähm, kann ich nicht sagen. Also hier geht es runter. Von dem Dach runter geht es hier. Ne, da sollte ich vielleicht noch nicht hin. War das nicht der Weg zum... War das nicht der Weg zum Tresor? Ich muss jetzt erst mal wieder rein. Hast du nicht irgendwas mit dem Schlüssel und dem Teller gesagt? Ja, den Basement Key müsstest du dann schon gelostet haben, wenn du irgendeine Keule hast. Dann gucken wir jetzt in den Basement. Ich habe es... Ich habe ihn aber nicht im Inventar. So ein Grund. Sein Essen im Schlüsselbund wird drin. Vermutlich dann das. Ich habe ein Psyonisches Meddler. Ich weiß denn das. Okay. Das ist ein wirklich aussehenes Amulett. Kannst du dir mal angucken. Dann habe ich dir rüber geschickt. Ich weiß nicht, woher ich das habe. Ich habe gerade eben gelootet. Ich kann glaube ich nicht wirklich was. Also wieder runter und in den Keller kommen. Das ist das Ding, was wir von den Geflank hier gekriegt haben. Wie komme ich denn jetzt wieder runter? Hier zum Beispiel. In den Keller sollen wir mal sitzen. Hier ist eine Tür, die von innen blockiert ist. Diese Tür. Hier ist die Tür nicht. Ah, eine Tür, die von innen blockiert ist. Das ist Tarionlicht aus. Ach, morsche Bohnenbretter. Hier geht es jetzt noch weiter runter. Ja, ich habe hier auch einen geheimen Raum gefunden. Ich habe Eisenranken im Schild. Brauchst du ein Eisenranken im Schild? Nee, aber ich habe einen geheimen Gang gefunden. Oha, absoluten Gewand. Interessant. Du wirst es haben. Ich kann es eh nicht tragen. Warum nicht? Ich kann das dabei haben. Ja, ohne Kleidung. Ohne Rüstung. Ja, fängt es einfach rein. Sie fliegt ganz stylisch aus. Oh, eine Zölner-Statue. Hier ist einfach eine Statue der Zölnerin. Im Mund gegen Hiebschaden. Stichresistenz. Energieverwundbarkeit. Die ganze mit Energie. und mann ja ja der älteste der älteste das kommt gleich und meine forstschläge aktuell nur resistenzen noch mal die staat wird passiert irgendwas weil ja sofort ich erkunde jetzt erst mal hier kurz die geht es auch noch weiter runter in den kenner vielleicht ein haufen gar nichts warum ist ein haufen gar nichts es bringt es mich hier unten zu sein ich bin hier jetzt kommt rumgelaufen und hab bisschen noch aus erkundet scheint ja ich bin schon dabei seid ihr acht da unten da war ich schon drin und die gibt es eine zirn der stadtuhr mag mit staub weh lassen versuch mal die kaputt zu machen die hier ja probleme damit ok hat was gebracht ja nie hätte ja sein können ich hätte die am ehesten gern mitgenommen aber bringt ja nichts aber die ist runter gefallen das heißt ich werde jetzt noch mal nicht kurz nach unten porten und dann sehen wir was das bringt das war übrigens der blockierte punkt wo ich was ich gerade vorhin gemeint habe die blockierte tür da kam ich mit dem schatten schritt ganz gut durch ja sie ist nicht hier unten die stadt interessant ich meine ja es hätte vielleicht relevant sein können aber es ist auch nicht wirklich im konservierten oberkopf da liegt noch ein haufen gold überall ja nimmts mit 100 gold nimmts 100 gold nimmts 100 gold 100 gold nimmts 200 800 gold habe daran geworfen hier haben wir einen konservierten oberkopf gefunden ich habe dich zerstört oh das hier ist ein stärkewurf übrigens mit der tür die jetzt offen ist 514 gold herzlichen glückwunsch ich bin reich jetzt hätte ich mir die rüstung kaufen können sparst du für später auf dann kannst du dir da kannst du dir die statu kaufen so wollen wir dann mal weiter wir können noch in den keller wir können noch nach unten so komme ich am besten nach unten hier vielleicht hier nicht ich habe einfach mal nach unten geklickt und gucke wo er langläuft doch hier nach fantastisch er war wieder hochgelaufen okay gesteilt geteiltes versteck du hattest den keller schlüssel bereits ich bin noch in der ersten etage irgendwie komme ich in den keller hier liegt noch gold nimm mit wo ist denn der keller ich habe keine orientierung hier unten ja unten ist es präzise ich komme mir gerade gar nicht zurecht hier ist ein abgrund ich habe absolut keinen plan ich komme kurz auf die hauptmapp liegt noch gold rum was häle bist du komm einfach raus raus ja du hast da eine tür die nach draußen alter ich bin glaube ich auf dem falschen raus ich muss mal kurz was probieren wir könnten noch in akt 1 zurück reisen wir könnten theoretisch alles was bisher erlebt haben einfach durch gehen das heißt wir könnten theoretisch in akt 3 wahrscheinlich auch noch mal hierher zurück warum sollten wir wenn wir was vergessen haben ich weiß es nicht aber es ist lustig dass es geht hier hinten lang laufen an der wand hier ist ein wahnungshof gut ist wieder zu oh oh karlache das ist in karl ein wenig kurz hier hast du ja ein wenig bild dann haben wir durchgeflogen ja dann gehen wir mal nach unten was gibt es da unten? Kämpfer? ne nur Loot und Story und offensichtlich eigentlich nicht so spaßige Kameraführung aber hey du führst die Kamera warum willst du das was ich looten will? das ist nischt das sind wüssten Kleidung armselige Kleidung passt zu mir vielleicht brauche ich mehr Pockets ja gab es mal ja wahrscheinlich haben wir irgendwas gelootet was wir hätten lesen können naja interessant ich glaube hier klappt es aber nicht mehr ja ich hab dich wieder eingesperrt alles alles gut lass mal gucken ob du da noch durchkommst ich glaube nicht kommst du da wieder raus? äh ja müsste ich hab grad geguckt wir haben oben offensichtlich noch eine Seelenmünze irgendwo hinter den Regalen das sind finale Scheisen das ist ja das ist nicht hier das ist in der Gilde kommst du da nicht mehr raus? nein weil du hier das äh den Scheiß nicht angemacht hast sauber ich mach doch gern wieder auf nein nein nicht nein 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 wir sind kaputt Ich kann es fühlen. Der Absolut. Sein Kraft ist hier stark. Wir sind zu früh. Ich kann es fühlen. Der Absolut. Sein Kraft ist hier stark. Ich weiß noch, da war bei meinem ersten Playthrough ein einzelner Soldat, der noch alles bewacht hat, nachdem die gesamte Geschichte im Akt schon durch war. Ich habe noch irgendwo einen Wegpunkt. Da sollten wir mal hin. Hier drüben. Ja, der ist irgendwo wieder. Wir sollten uns mal auf jeden Fall holen. Ich stelle gerade wenigstens drauf zu. Da ist er. Ja. Und jetzt weiter in die Richtung? Oder in welche? Na ja, Steinmetzkind ist hier. Äh... Wo zum Anker bist du? Wo zum Anker bin ich? Du bist bei dem Wegpunkt. Vorsicht, da ist jemand. Verschwunden. Ja, das war die Dame von Raphael. Ja, gehen wir rein, ne? Ich folge dir. Ich folge dir. Nimm mal lieber die Leiter. Quatsch. Leiter sind sie für Anfänger. Lass die Truhe einfach stehen lassen. Ich glaub, hier ist die Lätschung. Das ist kein Schmerz. Die Menschen, die defiachen Schaas will, sie sterben, ohne ihre Bescheidung. Irgendwo hier drin müsste es sein. Ich glaube hier neben. Irgendwo hier müsste es sein. Irgendeiner Truhe oder irgendwo versteckt oder irgendwo offen. Der erste Schritt ist der schwerste. Mhm, ich war klar. Ah, wo ist das? Ach, okay. Es ist draußen. Unten. Okay. Draußen unten? Okay. Und gerade sowas wie draußen. In der Mitte. Irgendwo hier muss eine kleine Schmiede sein und da muss es irgendwo rumliegen. Ja genau, hier irgendwo. Ja genau da. Aha. Ich habe schon angeklickt. Ich komme jetzt gleich gerannt und werde es holen. Reicht das was du... Reicht das dann für dämmen oder? Also es ist eins. Ein Stück infernales Eisen. Ich weiß nicht, was ich für das zweite Mal brauche. Ich gehe davon aus eins. Mhm, ich stand direkt daneben. Ja. Der Rest ist halt alles bei Balthasar im Shah Gauntlet. Du hast recht erst mal um Karnachs fest anzufangen oder? Ich denke. Ich porte mich direkt hier. Ich gebe es auch dir ins Inventar. Einmal. Bzw. ich gebe es gerade auch ins Inventar. Dann machen wir es mal. Ja, ich gehe in der Zeit verkaufen und kaufen. Oh. Es hat erstaunlich viele D-Fotos hier. Ist da. Hat im Laufe dieses Teams schon drei Follower verloren. Ist da. Switch geht wahrscheinlich wieder durch die Bots durch. Aha. Danke für eure D-Fotos. Soldat. Ja. 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 Na ja. Das Ende. Das Ende werden wir hoffentlich kriegen. Ja. Ja. Das gehen wir hin. Du bist super charismatisch. Und man kennt, es gibt ein Ending, wo man mit ihr gemeinsam ist, also man kann sagen, ich komme jetzt hier. Keiner hat sie gehört, es ist genau wie gesagt. Dann steht sie nicht allein in Krieg und so, du stehst daneben. Äh, ja, bringen wir es zu Ende. Maschinen wird explodieren bald. Ich wollte nie immer leben, ich wollte nur leben, gut. Ich hoffe, es sollte nicht lange dauern. Ich hasse, ich hasse das Ending, wo sie einfach am Stieg einfach stirbt und dabei bleiben das, was ich habe, und das will ich verhindern irgendwie, wo es nicht schaffen, sie einfach stirbt. Im Zweifel jagen wir einfach im finalen Kampf Gale hoch, dann haben wir gar kein Ending. Das gleiche als letzte Mal. Du musst dich selbst installieren. Du musst das machen. Also hat es funktioniert? Nur eine Art von herausfinden. Ist nicht gut. Beide sind ein Lebensjagd. Ich muss etwas ausgehen, das wird auferreden. Du kannst das versuchen. Ich bin nicht bereit. Ich bin auch einfach dabei. Ich bin keinTERpp. Das ist nicht bereit. Ich bin eine LeBluge. Ich bin dafür nicht bereit. Können wir jetzt ins Bett gehen? Ich verstehe, aber es ist einfach zu kalt, um die Metals zu halten, wie die in der Sie. Du musst zurück in Avernus zurückkommen. Für gut. Oder diese Sache wird dich aufbauen. Und schneller als du denkst. Als ich mich zurück in Avernus setze, Zarya wird mich zurück in der Arbeit. Ich mache sie wieder wieder. Ich würde lieber sterben. Ich verstehe das, aber nicht das aus. Der Welt könnte einfach besser sein mit dir. Auch in Avernus. Ich werde nicht stoppen, zu versuchen, eine Lösung zu finden. Aber... An diesem Punkt... Ich denke, wir müssen alle das Inevitable face. Ich kann nicht mal lesen. Ich habe etwas viel mehr spannender in meiner Meinung, als in dieser blöden Tinnen-Bachse. Danke, Dammon. Wirklich. Du hast mir mehr gegeben, als ich zuerst bezahlen konnte. Es war mein Glück. Herzlichen Glückwunsch. Zwei von euch. Schau dir nach euch. Okay? Alles klar? Schau nach vorne. Das ist der beste Tag! Der beste Tag! Ich auch. Ich auch. Ich auch. Wenn du in die Tür gehst, würde ich... ... würde ich... ... diese ganze Tatsache für einen Testdruck nehmen. Ich weiß, wir haben wichtige Dinge zu tun, aber... ... wir auch ein bisschen Süßigkeit. Ja, ja, kurzbogen. Hey, warum nicht? ... Phantasmark ist so cool. Kanaras ist noch mehr so, wie du das Thema hast. Ich nenne dir noch ein cooles Schwert mit. Oh Mann! Ich kann nicht warten. Ich kann nicht schlafen. Ich brauche eine kurze Worte. Ich gucke auch noch mal, wie ich mit dem anderen kann... ... wenn du fertig bist. Ja, ja, ich gebe ihm erst verfaulte Karotten, Tomaten und so weiter. Und hier hinten sollten wir vielleicht noch mal hin. Da gibt es noch am Friedhof ein paar Sachen. Weißt du, ob du das damals auch vergründet hast, oder? Ja, die Friedhofsequenzen und all das kenne ich. Ich kenne auch den Doktor, keine Sorge. Den Doktor? Auch den Friedhof? Ja, das Haus der Heilung ist direkt am Friedhof. Nein. Sicher? Ich meine, diesen Friedhof hier. Der ist relativ auf der anderen Seite. Ach so, okay. Dann sollten wir da mal hin. Mit Schärfkeit, die fallen die das. Oh, ähm, ja, gut. Ähm. Autsch. Okay, wir brauchen gleich doch nur einen Gast. Ich bin durch alle Fallen genatscht. Ja, ja, alles ist gut. Ich habe Piloten gewandt. Uh, das ist eine normale Kleidung. Ja dann, easy. Klarig. Dünnere gerade mit Verkleber. Oh, eine Lyra. Ja. Erzähl, schön! Ich krumm den armen Mann halt hier komplett mit irgendwelchem Zeug zu. Also noch mal was es nicht ist, oder? Äh, er hat ein paar interessante Waffen, die bin ich jetzt aber gerade dabei zu kaufen. Aha. Da kommt 1000 Gold, muss ich noch irgendwie da rein, da rein kriegen, dann passt das. Oh no, die gehe ich noch nicht hin. Du hast Sporengranate. Äh, behalte dich. Oh, das ja, man geht. Das ist wunderbarbyt an den Jemen. Und von der Wintermärkte. Dern, oh nein! Und die sch Chadyschern eigentlich muss ich noch nie hin. I ben herzlich, dass ich mich erinnere. OUR히. Ja, das heißt wir wirklich hier nicht, auf jeden Falle Zeitung. Also nicht das weiß ich auch! Hier oben geht es vielleicht noch was. Naja, nicht wirklich. eine rustikartu Don't give me trouble now. Will nur Schwert des Lebensentzugs mitnehmen, oder nicht? Was? Schwert des Lebensentzugs. Bei kritischem Treffer zusätzlich 10 nekrotischen Schaden ist ein Kurzschwert. Nekrotischer Schaden ist eher für dich. Ich wäre es darum... Ja, aber ich mache halt nicht ein kritischer Treffer. Ach, das wäre was für ein Fighter. Fuck it. Vielleicht mit dem Rest aus. Und dann... Panzer der brutalen Energie. Dann bin ich glücklich. Was? Rüstungsdass 17. Energieabsorption. Erhalte Energiekanalisierung, wenn Hiebstich oder Wuchtschaden erlitten wurden. Ich dachte hier oben in der Gäste. WTF? Wieso? Keine Ahnung. Rüstungsdass 17. Soll ich das nehmen? Ist vielleicht besser als die Ritterrüstung. Zwar eine niedrigere Rüstung ist das, aber dafür... Ich bin über dir. In der Schmiede, hier oben. Die Treppe hoch. Gab es eine Kiste mit einem... Ich glaube, du stehst über mir also echt. Soll ich die mal nehmen? Ich glaube, die ist... Ach, da bist du. Ich bin auf dem Dach. Dann bin ich jetzt unter dir. Ja, so ist auch richtig. Erhalte Energiekanalisierung, wenn Hiebstich oder Wuchtschaden erlitten wurden. Das ist... Energiekanalisierung ist, glaube ich, gar nicht schlecht. Hast du das Ding gefunden? In der Truhe dort hinten, die ich zerstört habe. Ja. Ah, hier hast du zerstört. Okay, das... Ja, wenn es gut ist, dann nimm mit. Energiekanalisierung, jedes Mal wenn ich getroffen werde... Das ist, glaube ich, gar nicht mal so scheiße. Was macht denn Energiekanalisierung? Ich habe keine Ahnung. Werden wir sehen. Du kannst mit Rechtsklick untersuchen, dann kannst du dir die Details angucken, was denn das genau macht. Aber sieht auch sexy aus. Ja. Hatte ich dir irgendwas mitgenommen? Ne, ich hatte einmal das... Da steht aber nicht mehr dazu Energiekanalisierung. Ja, doch. Diebstähne. Wenn ein Kretoschaden erleidet, während sie noch mindestens fünf verbliehene Züge hat, bewirkt sie eins bis drei Energieschaden in einem Radius von sechs Meter. Diebstähne. Was auch immer, das ist eine relativ gute Rüstung. Erbemittel. Ja. Das hier ist ein richtig gutes Schwert. Ich glaube, das tausche ich mal aus. Hm. Nicht schlecht. Mit der Rüstung sieht auch noch sechs hier aus. Ja, das ist halt, wofür kannst du das nicht benutzen. Schade. Und dann... Sad. Trotzdem ziemlich gut. In einer besseren Farbe, wenn wir das irgendwann noch finden. Äh, Farben hat Dämmern. Und unten. Wo soll hier jetzt ein Friedhof sein? Ja, das schwertes Lebensentzug. Na, ne. Farben, warte. Ozean. Orange Rot. Baby Blau. Blas Grün. Blau und Geh. Alles Orange Rot. Ja, lass mal stecken. Ja. 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 Wir haben hier noch einen Friedhof. In der Ritter ist doch dann hier verkaufen. Und du brauchst die noch. Für 201. Ach, ich behalte die erstmal noch. Wolltest du nicht die Wandung dieses Schicksals als Waffe haben? Ach so, du hast ihm hier noch erst gegeben. Wenn du nicht gesagt hast, dass du dich haben wolltest. Wolltest du sie mir ins Internet schmeißen? Ja, hast du. Aber ich hier. Aber nicht zum Verkaufen. Das wäre Verschwendung. Ich würde ihn dann nutzen. Ich wette, das ist schon echt genial. Ja, möglichst zwei Würfel. Ist ganz nett hier. Wenn wir es halt mit dem Geld haben, dann ist das cool. Die Bonusattacke, also nicht Bonusattacke, sondern die Attacke mit dem Geld findet jemanden. Das ist halt irgendwie plus alle 3000 oder was steht da. Muss mal gucken. Alle 300 Gold. 300 Gold. Je reicher der Gegner ist, desto mehr kannst du halt einfach... Das kann halt im Kampf echt schon. Das kann im Kampf halt echt... Ja, wird verbraucht, aber das kannst du halt wirklich schon... Da kannst du wirklich manche Gegner one-hitten mit. Das ist halt echt... Und es hat auch noch... Und es gibt auch noch eine... Es gibt auch noch diese lebende... Irgendwie so auch noch einen lebenden Schlag damit. Das ist schon... Wenn du es nicht haben willst, dann gib es mir zurück. Dann gib es vielleicht keiner. Sie hat eine sehr viel stärkere Waffe, aber sicher. Und ich nehme es selbst irgendwann. Wobei... Wobei... Und du solltest es selbst nehmen. Kannst du. Hättest du ihr jetzt... Und der Mann dann schärft. Hättest du ihr jetzt zweihändiger Kampf gegeben, hätte sie die Bindung des Schicksals und Lathanders Blut dual wielden können. Habe ich hier das nicht? Ich habe ihr Schild gegeben. Ja. Schild für einen Barbaren, was übrigens das dämlichste ist, was geht. Sie trägt ein Schild. Um Gottes Willen, nehme ihr den Schild weg. Es macht sie schwächer. Auf jede erdenkliche Weise. Ah, okay. Sie kann nicht zweihändig. Was können wir noch ändern? Ich kann jetzt zweihändig geben, dann. Ja, bekannt bei... Bei Lazarus Respecken. Aber wie hat das durch so gemacht, dass du... Wir haben herausgefunden, dass das Schildchen... Nichts... Nichts zur Sache tut, dass das sie da... Nicht alles hier. Was erkunde ich hier gerade? Soll ich die Waffe erst mal nehmen, oder? Wenn du... Wenn du sie nehmen willst. Das ist, glaube ich, besser als das Schadamantlang-Schwert. Das ist halt immer... Das macht halt immer einen kritischen Treffer. Aber auch nicht immer, wie ich herausführe, wie ich... Es ist irgendwie... Im letzten Mal nicht wirklich... Und ich mache halt wirklich die Bonus-Attacken mit dem... Scheiß drauf, ich nehme das. Ich mag die Bonus-Attacken mit dem Blutgeld. Und der Puls-Stoppel, die Nester auch noch dazu. Ist schon... Ist bis zu jetzt ein Schaden. Ist halt genauso. Wie gesagt, wenn du es besser findest... Auf deinem Bild habe ich keinen Einfluss... Und werde ich mich auch nicht einmischen. Wenn du sagst, dass es dir lieber dann... Nimm die... Ich habe keine Ahnung, was zur Hölle ich hier gerade erkunde. Hä? Was machst denn du da? Wo bist du? Oh, das ist hier. Das führt zu den... Ähm... Zu den Typen, die wir unten im Gefängnis... Getötet haben. Ich bin hier gerade in so einem kleinen Luxushaus. Außerhalb. Gut. Ähm, Moni? Ja. Würde mal sagen, wenn... Wenn wir jetzt noch nicht... Als nächstes... Ja, ich würde auch sagen, dass wir da gerade Schluss machen sollten. Als nächstes wäre dann... Die... Die Dame da oben, die Pläkeren. Dass wir da dann den Kampf machen irgendwie und... Wenn wir dann damit sind es dann Richtung... Nun weiß da oben auch... Aber ich würde jetzt... Bedeutelte nicht mehr mit irgendwas noch anfangen. Weil jetzt noch die Kämpfe anfangen und dann da... Wir machen jetzt eine lange Rast. Ich würde sagen... Ja, du wirst dann deine Szene noch haben. Dann haben wir einen schönen... Haben wir einen gelungenen Abbruch. Abschluss. Und dann können wir das nächste Mal... Mit großartigen Kämpfen anfangen. Ja. Dann machen wir beim nächsten Mal auch das Haus der Heilung... Und können dann die Hellsin-Sache durchziehen. Mit sehr viel Speichern und sehr viel Neuladen. Und jetzt... Hey, Soldat. So. Das war der Plan. Ich glaube, dass wir uns nicht so glücklicher machen... Soll ich die anderen bewusstlos schlagen... Damit ich damit zu schneller gehe. Natürlich doch. Ihr sollt wissen, dass... Ich manche Grenzen körperlich... Vielleicht nicht überschreiten will. What? Ich weiß nicht gerade... Ich glaube, vielleicht ist das... Weit genug gegangen. Bitte. Wir haben lange genug gewartet, ich denke. Bis zum nächsten Mal. Ich kann nicht warten. Es ist besser nicht kursiert. Wir essen übrigens Kartoffeln mit Schnaps. Ja, passt perfekt. Punkt. Ich denke, die anderen sind im Schlaf. Ja, die Brorrette sind lustig. So. Kann ich zugucken? Nein, kann ich nicht. Gut, alles klar. Hallo, Schatz. Ich fühle euch ungeholfen. Ungeholfener Gewichtverlager ist euch perfekt. Ich vertrage so einiges, glaubt mehr auf euch. Dann gehen wir es langsam an. Oh Gott. Eigentlich ist es viel vielleicht besser, wenn... bevor er erst getrennt schlafen. Kann ich das testen, Theorie? Fahrt fort, was habt ihr im Sinn? Ich finde, wir sollten es doch etwas langsamer machen. Warum, warum gibt es hier so viele, äh, so viele... Geh auf Abstand Optionen? Sag es laut. Ich bin dein, Karlak. Mein Name klingt so gut in deinem Mund. Oh, fantastisch. Ich würde gerne, dich zu schlafen. Ich würde gerne, dich zu schlafen, aber ich glaube nicht, dass ich mit euch schlafen will. Und in jedem Augenblick, das ist zu weit gegangen, ich glaube, ich will doch lieber allein sein. Ich dachte schon, ihr fragt, nie. Diese Antwortmöglichkeit, meine Frau. Geht's euch. Es ist ein guter Tag, um sich selbst zu sein. Ich bin live. Screenshot gewünscht. 500 neue Screenshots. Ah, ja. Ich kann auch noch mit mir reden. Warum liest sehr viel Schlafmütze? Mir träumt letzte Nacht in Vogelsänge mir ein Lied und sieht, da ist sie. Oh, Gott, Entschuldigung. Ich war in meinem eigenen Welt. Hallo, hallo, guten Morgen. Entschuldigung, ich habe nicht erwartet heute Morgen. Ich war nur... nur schlafen. Ich wollte dich nicht erwarten. Habt ihr gut geschlafen? Es war wunderbar, euch gestern Nacht berühren zu können. Ich liebte es auch. Mehr als ich noch alles liebte. Man kann es echt verkacken. Und du schlachtest deinen Mittag und jemanden ab? Wie enttäuschtest du da gerade, Modi? Und äh... Nichts schlecht wird jetzt passieren. Ich weiß nicht. Du stehst da gerade auf irgendwas rein. Nur auf den Hund. Wenn man sich unsere bisherigen Abente ansieht, warten noch gleich die Katastrophen auf uns. Und wir werden uns gemeinsam stellen. Ich glaube, das wisst ihr besser. Täuschen? Nein. Es wird nie wieder etwas Schlimmeres passieren. Ähm... ... 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 Ich liebe dich, du kennst. Danke die Gäste für das. Ich denke, wir besser aufhören. So viel zu tun, so viel zu sehen. Together! Yay! Ich bin nicht hier für den Dreiher. Du kannst es ja mit dem Zauberer versuchen. Das daran geht ja nicht, weil er in deinem Team ist. Das ist so ein Mist. Ich weiß, wir haben da hinten noch einen. Du musst nur einmal freundlich sein, dann will er direkt was von dir. Du musst nur einmal freundlich sein, dann will er direkt was von dir. Aber ich habe in Dark Urge einiges gesehen. Das ist der... Ich habe in Dark Urge einiges gesehen. Ich bin mir sicher, dass Astarion wäre bereit für einen Dreier. Ja, das ist definitiv. Der ist definitiv. Mit Heilsinn später. Wenn wir Heilsinn im Team haben, müssen wir dann... Als Heilsinn mit Astarion rum. Die Bären-Szene ist sehr... Ja... Und ich muss noch... Wenn ich in diesem one dann im Dark Urge war, muss ich auch... Im Dark Urge bin ich schon fleißig dabei. Da gibt es ein Achievement für, weiß ich. Ich muss noch die... Die Szene mit dem Imperator hinkriegen. Ein bisschen Hentai-Content für YouTube. Ja, den kann man... Den kann man auch rum, wenn ich es nicht erinnere mich. Ein bisschen Hentai-Content muss ich hinkriegen. Ich weiß nicht, ob ich es vielleicht schon verkackt habe, aber... Allein für das Achievement muss ich das irgendwann mal schaffen. Das haben, glaube ich, erstaunlich wenig Leute, dieses Achievement. Das ist irgendwie so ein Rare-Achievement für 3% oder so. Ich hatte legit die Chance, das zu machen, aber es war dann noch ein bisschen zu eklig bei der finalen Frage von ihm. Ich habe mit ihm schon Händchen gehalten. Aber irgendwie kam es dann weiter doch nicht. Vielleicht habe ich es dann versaubert. Ich war komplett beim Ende, aber ich habe dann erst gemerkt, was da überhaupt passiert. Und dann habe ich gesagt, nein. Also meinem ersten Mann habe ich denen ja komplett misstraut, habe ich ja gesagt. Ich habe nicht mal die Larven geschluckt. Ich habe nicht mal die Larven geschluckt. Und wie habe ich gesagt, verpiss nicht. Ich habe gesagt, das war mir so Respekt. Mein Flair. Mein Flair. Mein Flair. Und B. Und B hatte uns die ganze Zeit getäuscht. Der die ganze Zeit eine andere... Der die ganze Zeit eine andere... Warum soll ich dem jetzt glauben, wenn man die ganze Zeit gelogen hat, wie er aussieht und wie er... Was ist... Die ganze Zeit hat er uns angedrungen und auf einmal... Ja. Hm. Gut. Ähm. Machen wir Schluss für heute und... Stürzen wir uns am Anfang des nächsten... Weil du es geht drei Streams auf die... Auf den Kampf. Auf den einen Kampf. Der hier ziemlich... Fatal war es wahrscheinlich. Ja. Und dann wird es noch schlimmer. Wir könnten uns auch noch den absoluten anschließen. Wir könnten uns auch noch den absoluten anschließen. Wir könnten uns auch noch den absoluten anschließen. Ja. Und wurde dafür... Fast verhaftet. Warum? Aber nur fast. Du kannst ja mal versuchen. Du kannst ja mal irgendeinen Fackel ausmachen oder Feuer. Du siehst es selbst. Geh mal hier zum Lagerfeuer. Oder... Machen wir das Lagerfeuer aus. Ich mach die Standfackel aus. Du bist eigentlich gerade fast verruiert. Wenn du es das gemacht hast. Auch noch schön. Ich mein ich könnte. Nein. Lass das. So machen wir Schlusswörter. Bevor wir den noch scheiße baut. So machen wir Schlusswörter. Bevor wir den noch scheiße baut. Gut. Na dann. Wollen wir jetzt auch schon... Fast fünfeinhalb Stunden streamen. Na dann. Wollen wir jetzt auch schon... Ich sag danke fürs Zuschauen. Danke fürs Mitspielen, Brody. Ja, ja. Nächsten Samstag wieder. Sicher so. Ja. Wenn nichts dazwischen kommt. Klar. Mhm. Okay. Ja, das geht. Reignoriert ihr diesen NPC in Abt 1. Und geht ihr... Und geht euch später eine mächtige legendäre Waffe. Aha. Was für ein NPC ist es denn? Ah, hab ich... Ist weg. Schade. Ah. Ist egal. Wir haben eh alle getötet. Sind diese M... Mein MMO... Artikel. Keine Ahnung. Ah ja. Ein normales Eisenschwert. Plus eins. Na gut. Ich sag dann mal gute Nacht. Viel Spaß noch. Unterhalte mal deinen... Chat, den es vielleicht... geben kann manchmal. Gut. Ne, warte mal. Meine minus drei Follower, die wir heute haben. Ja. Also, gute Nacht. Gute Nacht. Gute Nacht. Gut. Für alle Follower, die... noch bei mir gedient sind... dürften nicht... ...gedevoloht haben. Ab in Endcard. Ab in Wait. Gute Nacht. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018